so ich habe mich zwar in den letztes mal habe ich mich in der schmiede ausgelockt ich bin aber währenddessen mal ab und zu mal hier bis zum und dann text habe ich nicht bin genau das gleiche level habe keine kein balken dazu bekommen aber ich habe immer gewartet ich habe meinen beruf ab und zu mal ein bisschen weil berufe können wir währenddessen es ist immer schwer berufe zu machen und deswegen habe ich mich hier hingestellt und immer wenn die leute die quest machen schweine killen dann helfe ich denen ich krieg da ja für keine punkte und worte macht das war selber leder hier man das habe ich noch geholfen übrigens für sie dankeschön auch noch mal 14 monate es gibt es wieder es ist wirklich immer wenn ich online kommen regnet und wie ist nun mal angehen heute ich habe mir dann schön oder jetten hier ein besonderlich ein in united stoner hd anzuschließen exxie line ja da habe ich auch eine koffer wie heißt du denn in game in game weiß ich mir immer immer Fakir Regen was mit Civil War II der noch mal in game? Ich hab vergessen. Das ist schwer, weiss ich auch nie. Habt ihr irgendwas bestimmtes vor oder was wollt ihr machen? Die Welteroberung aber aber sonst nicht so viel Nur die Welteroberung. Ich hab mich ja hier bei Freunden drin Die looted noch nicht mal, jetzt looted dein Scheiß hier. Also mich ist es nicht wert zu in game. Kaskara, ich bin aber gerade noch in der Kaskara Ach, er hat alleine weitergelevelt. Amitaya, dankeschön für neun Monate. Keine Ahnung, keine Musik mehr. Achso. Das war vorbei. Ach nie, ich dachte so, ich wollte den Hirngang nicht als Leder klauen. Oh mein Gott, meine... Meine Sekretäre macht wieder Pause. Es kommt glaube ich, weil es gerade regnet oder so. Ach, die ist wasserscheu oder was? Die ist geschminkt. Was? Also Regen vertragen sich nicht so gut, ne? Naja, aber... Sind denn alle hier, Alter? Ich bin hier einfach nur auf dem Feld. Ich komme gerade wieder zurückgelaufen. Ich bin hier in der Stadt und niemand ist in der Stadt. Wieso bist du in der Stadt? Also ist er zurück in die Stadt gelaufen, ne? Wir sind immer noch da, wo wir uns ausgelockt haben. Ich bin ja direkt im Nordheim, wie heißt das, Goldheim bin ich ja, ausgelockt in der Schmiede. Weil ich ja ganz schnell offline bin. Ah, weißt du, da war ja was. Wo ist denn der... Alle außerhalb der Stadt, hier. Hier kommt irgendjemand auf mich zugelaufen. Ich hab die Platz. Dö... 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 Über die Brücke los, bin ich da. Dö... 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 Son Kerry, hallöchen... Danke, das Svenja. Hallo, Leute! Hallo! Wo ist mein Lehrer? einfach über die twitter machen winter da kannst du direkt auf das web gehen und dann mods runterladen und gibt es die da siehst du alle quests im umkreis dann gibt es für einen priester was darfst du unten rechts und da kannst du direkt auswählen instant auswählen wenn du hierhin willst und dann habe ich was habe ich noch ich habe noch irgendwas noch ausgewählt eigentlich egal weil und wollte ich auch noch mal ich weiß nicht was das schurke so verhält uns wirklich braucht also ich bei dem hexenmeister hatte ich den ganzen bildschirm vorgequetscht mit ich muss ja die ganze rate irgendwie unter kontrolle haben dass ich nicht die agro oder sowas ziehe und so ein quatsch das sind schiller card live spielen wir gar nicht mehr weil der entwickler ich habe ein problem mit der schnauze weil der entwickler das spiel im moment auf eis gelegt hat und solange es ja nichts neues gibt ich bin jetzt erstmal nicht mehr schade eigentlich card live hat mir eigentlich sehr 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 viel spaß gemacht kommen wir gehen mal wieder zurück zum zu goldhain und treffen uns dann mit allen dort machst du was gehst du kräuterkunde und als im beruf sondern willst du dich machst du was machst du mach was bist du spielst du auch priester ich mach du wieder aber ich würde gerne heiler machen ich meine ja dann mach ich selber oder soll ich früß machen ich kann auch früß machen ist mir eigentlich egal jemand jetzt heiler ja holi also ich schade machen wenn es okay für dich ist ja kein problem okay sie wird du musst auch noch eingeladen werden du musst mal deinen namen mal schreibt mir irgend schreibt mal den eric an der ist ja gerade noch in der mine also der level gerade der will nicht auch so was denn hallo ministra hallo ich mach einfach nur die mine ich die kräfte wir müssen jetzt wollen wir müssen unbedingt jetzt langsam mal der wenigstens level 10 werden ab wann kann man dann die gilder aufmachen ab level 10 oder 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 wann ja wir machen dann raids und du gehen hordeschlachten ist ja mit level 9 10 mach das mal dann tödlich sogar sagen ich kann euch ja so nebenbei helfen wenn er wenn er wenn du ja noch eine hölle bist dann ist es ist dann sind also ja eben ist der erste 60 geworden ist nur kurz spanier war das weiß ich wer es war hallo da hallo was ist denn jetzt hier los priester 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 und noch heiler und also ich weiß nicht die echten die normalen menschen die normalen kann aber auch normalen also ich bin normal was du bist weiß ich noch nicht hallo meine haare sind fast so groß wie du ich mach dir gerade die nase sauber seid gegrüßt willst du nur unter dem ock gucken das bock du was ich brauche nicht runter wo ich gucke hier vor allem die elfe die passt ja mal nur hier in die gruppe kann sich eigentlich schon verwandeln oder oder erst mit level 3 10 glaube ich ne du bist doch schon elf mensch wenn ihr was los ey was nie alle versuchten ja ich könnte meine bergengestalt jetzt machen aber dann ich muss ich wissen ich muss dich mal lauter mann du bist voll leise und du bist schon ich bin immer voll leise tut mir leid red auch leise es ist immer seltenheit dass unsere frau mal leise ist wir können ja mal weiter spielen medelberger sieht auch in jedem spiel aus wie medelberger die natur ja ja der bart und die haffarbe schon ja aber ja du bist nicht so klein mensch metal jetzt lass dir mal den bart wachsen das geht ja gar nicht aber ich sehe doch auch aus wie wie im echten leben ja ich sehe auch aus wie so eine zarte elfe nur ich sagen oh was will ich so ein schnäuzbart gerne habe aber in der gleichen länge so ein schnäuzchen so ein schnäuzbärtchen was haben wir denn für quests zusammen teilen sie doch mal alle menschen und elfen und so gibt es auch question die wir machen können oder sind die irgendwo in der elfenwelt krass wieso noch mal bitte das das die kontext annehmen ja die habe ich im kloster da hinten bekommen im startgebiet der menschen da gibt es noch annehmen ein deutsch man kann hier irgendwas direkt abgeben also wie gesagt leute wir die gruppe ist zwar voll aber wir machen ja bald eine gilde auf und die bezahlte dantex der ist reich und dann und und zwerg priester hat keine haare das kann ja nicht verstanden ein zwerg ohne haare auf dem kopf das ist ja das geht aber gar nicht also wie wir wir laden dann auch natürlich ein paar paar leute ein die dann natürlich auch aktiv spielen aber wer ww spielt spielt aktiv da wollen wir gar nicht drüber reden zurück zu reden ich habe ich die geile arme bekommen das kommt vom schleudern ich meine vom holzer heben das ist der neue die neue charakter die gibt es jetzt nur hier auf unserem server ich habe mit dem entwickler schon über card live gesprochen und die haben gesagt da das spiel nicht nicht viel verdient hat bis jetzt lassen das spiel erstmal auf eis ja auch jetzt sexy zu tanzen die zwerge werden wild hallo hallo die grüne hallo 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 wie kann ich denn wieder ganz normal hallo hallo hier du bist die einzige mit grünen armen da hier schlampe ich meine nichts zu machen total ignoriert ich wurde komplett ignoriert ich war bestimmt auch auf unsichtbar mode die hat mich doch gar nicht gesehen was war ich schon wieder weg machen jetzt überhaupt die quest für welche denn zuerst ich habe irgendwie in der quest hier drin sehe ich gerade zum abgeben warum auch immer wir können wir können hier hinten hochlaufen das kalt zu sammeln schönen guten tag ich habe ich eine quest zum abgeben bitte ich habe sie mir nach welches ist ich brauche die unbedingt runterladen und dann kannst du das alles runter wenn du diese nutzt was bringt ihr da ein classic das ist classic mit einfach entspannter und das macht doch den sinn die dieser teil auf den mir gerade gegeben hast das wenn die den liebige kinder der habe ich daran dauernd andauernd gespammt bei jedem der vorbei gab überall über einfach nur die ganze zwemmen ich spiel eigentlich nie elfe also elfen oder elfe aber dass die einzige charakter ist eben der du du und dann spiel ich eine elfin weil die elfen sehen einfach aus wie schränke hey hey wo rennt ihr denn rum ich weiß auch nicht einfach geradeaus bist du sicher hier unten ist glaube ich noch die höhe oder nicht ich weiß aber ich glaube über den berg kam die höhle ist hier vorne hier ich habe mein gott weil hier kannst du noch was entdecken wir folgen eric wir sind alle schon alle durcheinander ja folgt ja auch mir ich bin schon wieder voll der außen mein bruder keine sorge ich folge dir instanz ja instanz nein wir würden ganz sicher eine instanz gerne machen aber mit level 9 und level 11 ist die erste mit 16 im bettel du läufst einfach an 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 erz vorbei warum hast du das nicht ich hab's gar nicht an oh man hier ist erz man oh mein gott ich muss zurück tschüss aber bei mir nicht die tiere looten ja hallo axeln oder axeln ja jetzt gelootet halt zerstörer wir sind kräuter du und ich nehmen kerze oh ich bin wieder ich bin aber auch ganz viele andere sachen ne oh wait mein handy liegt in meinem mikrofon das ändert nicht gut meint naja da war es auch piep 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 ja genau wir müssen die einfach nur aussperren ne oder haben wir noch eine andere quest hier wir haben die jetzt oder einfach reinlaufen einfach mal rein genau wir haben die jetzt schon ja wenn ihr glück habt ist am enden ein rare mob ja aber so weit zu tief müssen wir ja gar nicht rein ja aber der droppt gut ist ja am anfang gebiet ich bin ich sicher uh ich will gott sagen hieß es noch eine der dantex ich hab die kamera so schnell gedreht dass da plötzlich ein zwerg ankam und das war der dantex war geil ein dantex kommt selten an naja man muss ja eh noch ein bisschen laufen damit man die quest verliert ja tatsächlich glaube ich wollen wir nur hier in die ecke ja genau bei der jahr in der kistmine muss man noch nicht so tief rein ja hier rechts ist hier rechts wird mir irgendein loot angezeigt wird mir ne chest angezeigt rechts runter ne kiste wird mir angezeigt wir sind noch 1000 gegner bis bald dann wird mir ne quest angezeigt wenn der entdeckst auf deinem voll ne ich bin mit achso ich bin die grad gefolgt ja ja ich bin mit hilfen wenn ich gesehen hab dass du da auf die kante gesprungen bist wir müssen ja rechts runter wenn dann da ist die kiste siehst du wissen wir wissen wir können wir kommen Oh Ha Ich kann nicht sagen ich kann nicht genug Energie ich hab nicht genug Energie ich hab nicht genug Energie ich hab nicht genug Energie ich habe kein Ziel Mette klaut die Bank von Rund2 was ist?! Mette 32 Oh Ha Ich hab's nicht mal gelootet, Mann. Mann! Wichtig, Hauptsache Looten. Schnell looten. Mit dem Float einfach. Warte, Eric, du hast doch Schneiderei. Ja. Warte, hier. War da Stoff drin? Ah, nee, ich hab ne Schneiderei. Stopp. Auf meinem Main hab ich Schneiderei. Ach, stimmt. Mein Main hat ja. Schneider, Verzauberer. Ah, ja. Hey, Mann! Verzauberer hab ich auf meinem Main. Kräuterer Alchemie. Au! Aber hier rechts wird mir auch noch gut angezeigt. Mal schauen, was das ist. Da regt es hier draus. Ja, das war so ein Battle Chast, wo ich den Zwerg genommen habe. Hier ist auch noch ne Battle Chast. Ne, das ist von der Dings. Ah, ist... Battle Chast? Ich hab nicht genug Energie, das geht die ganze Zeit so. Ja, ich hab's auf Englisch gestellt, weil sonst bug das rum. Naja, mir wird hier auf jeden Fall ne ramponierte Truhe noch angezeigt. Ja, genau. Wenn ich mal schief sitze, Leute, sagt mal bitte Bescheid. Wenn ich mal schief sitze, Leute, sagt mal bitte Bescheid. Was war? Hast du auch eine... Ja, ja, ja. Eine Odd... Eine Mod drauf? Nein, nein, nein. Warte, jetzt? Ja. Ja. Aber... Ich hab mir die Kuren angezeigt. Ja, weil du die Konzentriere keinen Schatzzucher hast. Kannst du aktivieren, dann siehst du auf der Karte, äh... Ja, Schätze halt, ne? Ja. Ich habe kein Ziel. Ja, kein Ziel. Das ist erfolgreich. Ja, hier steht einer und joinkt sich den Loot. Das glaubst du ja nicht. Ne. 31er. Ach, nein, nein. Jogi. Ist immer so. Egal. Lass doch den Cape sammeln, oder? Das nächste Quiz. Das hier packe ich hier hin, das packe ich da hin. Ich hab viel zu viele Sachen in der Leiste. Ich koche. Währenddessen ihr kämpft. Ich hab kein Zündpulver mehr. Ich kann kein Feuer machen. Das ist mir zu teuer gewesen. Hier gab es aber eine Feuerstelle. Kannst du dich noch an Arke erinnern? Wir haben das erste Mal mir so eine Feuerstelle gemacht und ich dachte so. Na. Krant. Jetzt einfach da was zu kennen. Und so. Wie war das jetzt hier vor? Wie war das jetzt? Wie war das jetzt hier vor? Kann so was tun. So viele sind ganze Knomen und Zwergen. Wieso Kindergärtnern? Ich weiß nicht. Wo ist es denn? Ich weiß nicht. Hallo Luchs. Wenn ihr den jetzt nicht tut, dann komme ich nachts bei euch und dann schneide ich euch die Ohren ab. Viel Spaß. Warte, warte, warte. Ich ändere einfach. Ich bin gleich wieder. Free for all. Ah, das kannst du einschalten. auch immer alle kaputt und da gibt es ganz viel leder dann kann ich die minister auch mal an bleiben vernünftig was hast du eigentlich ich ja gut ja gut ja gut der war uns ja gut sich ja 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 ... Oh Gott, guck mal was ihr da ist! Ey, oh mein Ernst, Ernst! Kein Ernst? Ob er den bekommen hat, Alter? Ah, du hast jetzt 8 for all gemacht, das heißt, er wird jetzt gelootet wie ein Weltmeister, ne? Ah, jetzt wird richtig, jetzt wird richtig auf den Loot gegeiert. Ich kann dir ein paar Kermotten gleich herstellen, Svenny. Ich kann, warte, ich gucke gerade kurz nach. Leder Stringtanker. Ja, ganz ehrlich. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du weiblich bist. Ganz ehrlich nicht. Nein, das ist auch nicht. Auflaufen. Nicht in meiner Schicht, nicht in meiner Schicht. Aber, aber, aber! Ich heil hier, geh weg. Ich bin weg. Wo ist das Erz, wo ist das Erz? Ich bin der Heilborn. Ich bin mein Erz! Du bist der Heilborn. Das ist doch schön, da kann ich auch nicht spielen. Mach das mal. Ich kann das nicht plündern. 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 Mann, ey, was ist denn das? Ist das verbuggt? Ich kann den hier zum Beispiel nicht looten. Ich bin doch Hexer. Kannst du den looten? Ne, der ist doch nicht. Oh mein Gott. Ich kann das nicht plündern. Ich stehe auch schon. Das ist doch... Ich will doch nur arbeiten. Bugs, Bugs muss man doch von Akebo runter. Also von daher. Falls der Tank versagt, haben wir immer noch ein Tankpad. Kann das nicht plündern. Falls, kann ja sein, dass man stürzt, sogar irgendwas drin ist. Ich kann das nicht plündern. Ich kann das nicht plündern. Ich kann das nicht plündern. Ich will bekloppt hier. Das ist denn das hier alles verpackte Tiere. Aber ein Icebox-Kristen nicht mit Level 12. Nee. Oh, da ist aber echt Schrott-Sachen dabei, ne? Sveni. Ich glaub, du musst aber echt Klamotten von mir bekommen. Nur feinste Ware. Ich will mir doch nix. Oh, da muss ich ja noch mehr Taschen herstellen. Ja, kannst du wieder Taschen... Taschen, Taschen, Taschen. Macht 8 Silber pro Taschen. Ich hoffe, ich spiel nicht genau. Okay, dann macht's. Du hast schon 8 gesagt, richtig nicht. Inflation. Nö. Die Inflation kommt erst nächste Woche oder so. Konnte der Lederer nicht auch irgendwann Taschen machen? Ja. Ja, da gab's so eine Ledertasche, ne? Ja. Also ich kann Köcher machen, zum Beispiel. Das kann ich jetzt schon. Und so eine Murmel-Kiste hier. Murmeltasche für die Jäger. Ja. Wo ist denn eigentlich der Erik? Ich bin hier hinten am Kräuter holen. Der ist ganz alleine. Der hat keinen Bock auf uns. Ich hol Kräuter. Gefährliches Tier. Gefährliches Tier. Eine Kuh. Oita. Heute von der Abstände. Ich schleiche mich an und da kommt der Metal hier angestürmt. Ich hab nicht genug Energie. Mann, die looten so schnell. Das geht gar nicht. Ich kann das... Ich wusste das noch damals. Ich hab WoW damals auf ISDN gespielt. Oder auf 56k. Ich weiß es gar nicht. Und das war so lustig. Dann bist du dann in so einem Raid oder Instanz mit anderen Leuten, die du nicht kennst. Und dann wird auch eingestellt, dass Freelooten ist. Ich hab nie... Oh Gott. Nie irgendwas bekommen. Weil bis die Tasche überhaupt aufgegangen ist, da sind die schon beim zweiten Mob gewesen. Das ist alles bei mir ein bisschen langsamer immer gewesen. Also wie immer. Deswegen... Spiele... Ich... Auch... Wer seid ihr? Seid nie hin. Wo seid ihr? Ereko, wir bist ja schon fast wie ein Stormwind, Mann. Hä? Ich bin dabei. Ich bin einstliebender hinter euch. Ich hab nicht Gürtel... Ich hab ein Ziel. Ich hab... Ich hab nicht. Ich hab nicht. Ich hab kein Ziel. Ich hab... Ich kann das nicht plündern. Ich kann das nicht plündern. Ich kann das nicht plündern. Ich... So kann man nicht arbeiten. Das ist das denn hier. Wird bestimmt noch gefehlt. Aber ich kann dir mal was herstellen. Ähm... Ich hab einen Gürtel 28? Ja. Besser als deiner? Ja. Da nimm. Ey, yo. Dass du mir Schaden machst. Ey, yo, Bro. Ey, yo, Bro. Nur weil ich gerade noch einen groben Faden dabei hatte, kann ich dir das noch geben. Ansonsten kann ich dir leider nichts anderes anbieten. Oha. Ach, guck mal, ich kann dir das anbieten. Das hier, also das hier, guck mal, was ich dir schenke. Das habe ich eben gefunden. Vielleicht kannst du das, kannst du das gebrauchen? Äh, die Armschienen, tatsächlich, ja. Das ist noch ein, ich habe gleich, wenn ich gleich Level 10 bin, kriege ich meine besseren Schuhe, dann kannst du meine alten getragen werden. Brauch. Cool. Ach, dann ist es gut, okay, gut. Brauche ich nicht, ne? Kannst du alles behalten, auch du mal lachit. Na gut. Und solches tragen. Du mal lachit kannst du mir geben. Ich dachte, du bist, ich bist, machst du ein Juwelier, oder was? Na, ich bin doch Schmied. Ja, wo willst du dann mit dem Mach-Nach-Ried? Ja, brauche ich doch auch zum Schmieden. Ja. Der will das einfach nur haben und dann verticken. Ja, ich glaube auch. Das sind die Zwerge, muss aufpassen. Da ist gerade der Gnome, ey. Wo ist eigentlich mein Ring, den ich gerade eben noch im Finger hatte? War auch sogar eine der ersten, was ich installiert habe, auktionieren. Ich bin ein wahrer Gentle, Ben. Heißt, wie das gesoffen? Ich bin ein Genom. Ich bin ein Gentle-Genom. Und was haltet ihr davon? Das halte ich davon. Das will ich dir nie auslassen. Auslachen, so wie sie das gehört haben. Ich kann sagen, was hat ich denn gesagt? Das Lachen von diesen arroganten Elfen. Los, wir können ja weiter. Was willst du denn jetzt machen? Ich muss wohl schlafen, denn ihr seid ein Traum. Außerdem bin ich leicht bedüdelt. Komm, du bist bedüdelt. Du hast dir nur die Hose gemacht. Los, mach die Po-Klappe auf und geh jetzt. Wo müssen wir eigentlich hin? Wo ist denn hier unsere Mod? Was willst du denn machen? Wir machen heute ja die Mörder. Okay, wir müssen hintermärchen. Aber hinterher, aber da sind tausend Leute, ne? Wir kriegen halt keinen einzigen. Ach, komm, doch. Komm schon. Okay. Wenn ich ein Keuchheitsgürtel herrschte, soll ich einen Schlüssel behalten? Wäre eine Idee. Oha. Naja, das ist ja doof. Krass, oh, vielleicht. Ich stelle da keinen Keuchheitsgürtel. Bei mir gibt es nur Stringleder-Tankers. Ich bin doch was auf Scheu. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Dantex voll mit dem Kopf gegen die Latte da. Hast du einen gefunden, Mette, oder was? Ja, klar. Ob. Ja, ist mir. Eben, direkt studieren. Ich habe keinen gefunden. Du hast halt auch direkt auf diesem Pussycate gefunden. Mr. Freak, ich entspreche nicht meiner Stimme. Also, ich bin doch der. Hallo. Ich bin genau der. Man sieht sofort, wenn Zwerge... Wo müssen wir eigentlich... Was machen wir eigentlich hier? Wir sollen eigentlich die Dinger töten, aber hier sind so viele, die kriegst du keinen einzigen. Ich habe schon einen. Nein, ich habe schon zwei. Eben, wo? Hüpfer einfach hier rum, oder dann sind die einfach immer da. Einmal sind die da. Ah, ja. Das sieht so köstlich aus, wenn die Zwergen über dem Wasser abküpfen. Ja, ich habe was geblootet. Ich habe mal was geblootet vor Metal. Und das war das Richtige. Ein Kräuter. Habe ich die Quest eigentlich auch? Ja, hast du eigentlich. Hoffgeld von Murlocs? Ne, die Suche nach dem Tang. Tang heißt mein Quest. Ähm, die habe ich nicht. Hast du nicht? Ja, dann, Timer. Äh, lohn, ich komme mal zu. Warte, wo ist denn? Ich laufe mal zu den Punkten. Da ist ein Zwerg, der hüpft. Auch eine. Hallo Bonek. Eine schöne, gute Arbeit. Warte, so. Ja, jetzt haben wir, oder? Warte, 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 warte. Sag, wo ist die? Das kann ich dir ja gar nicht. Ja, ich bin halt gerade. Oh nein, nicht abbrechen. Ja. Ah, die Quenzen nicht anklassen. Ich bin so, ich bin so, ich hab da, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Ah. Macht aber nichts. Ja gut. Ja, dann, äh, du hast ja zwei. Hä 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 hä. Was haben wir? Du hast doch zwei von denen gesammelt, oder nicht? Ich kann die doch gar nicht sammeln ohne Quest. Ach so. Ich will vergessen. Aber da sie in der Gruppe ist, ähm, kann das sein, dass ihr trotzdem die Matsch-Augen bekommt, oder wie die Dinger da? Matsch-Augen. Oh, da oben warst du Looten. Oder ist das mal wieder was? Oh ne. Hat keiner gelooten. Das war aber ein bisschen was von Svenja. Und weil die das nicht looten konnte, war da das Item drin. Ich hab nämlich das gerade ein Kräuter-Dingsbums bekommen. Genau. Ich hab immer noch null. Nice. Macht Spaß. Mist, warum haben wir das gerade geteilt mit Svenja? Wäre ja besser gewesen für mich. Geht weg hier! Das sind meine Morlocks. Sag das den anderen. Ja, gleich direkt Server-Bannen, ja. Dankeschön, Freak. Heute, heute streamen wir mal, ähm, heute und letztes Mal haben wir, WoW-Gestreams. Das sind wir schon cool. Ach, ja. Scheiße, scheiße. Der ist gut, Lein. Das Wind hat der gezogen. Aber, mal so ne Frage, das ist ja bei Dex auch, ne? Aber, regnet das bei euch auch? Ja. Oh, Dex, da war, da war was für dich drin. So, ich bin grad noch den Landix im Laute machen. Was meinst du? Ähm, regnet das bei euch auch die ganze Zeit? Ja, wird einfach gar nicht mehr auf. Den Dolch kannst du gerne behalten, ich hab bessere. Okay. Und verkauf den für dich. Weil der, äh, der Sifrit hat mir ja letztes Mal richtig tolle Dolche geschenkt. Okay, ich hab einfach, äh, Ja, whatever. Oh, Mollachs, Mollachs hier. Sag mal, wann hört's eigentlich mal auf zu regnen? Es regnet doch jetzt bestimmt schon seit ner Stunde. Ja. Ich, ich, ich hab den Nächsten. Ich will den Nächsten. Wupp, wupp. Leiser, leiser. Mollachs. Gott! Ja, cool. Nicht genug Energie. Ich bin aber nur die Maler. Ich bin aber nur die Maler. Ich bin aber nur die Maler. Die Maler, Maler, Prachtläufer. Ja, super. Aber wenn er nichts bekommt, nice. Also, ich hab schon drei Kräuter. Ja, ich hab null. Was? Ich bin ja so geil, wie die Zwerge übers Wasser hüpfen. Das könnte man, könnte man, könnte man sich, könnte man sich richtig vorstellen, wie, so wie die Angst haben vom Wasser. Ui, nein, ich will es nicht nass werden. Meine Bars ist nass. Ich bleib mal hier an der Ecke. Vielleicht krieg ich hier ein paar andere Mollachs noch. Mensch, der Regen geht mir auf die Eier. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier im Wald rumlaufen und dann im Nachhinein noch nass werden. Aber du weißt doch immer, wenn du irgendwo online kommst, regnet. Über wirklich überall. Regen. Überall. Sogar jetzt bei Marbles und Stream, dieses Murmelspiel, da gibt es sogar jetzt auch Regen. Mach ich nicht. Echt? Ja. Haben sie eingeführt, wegen mir bestimmt oder so. Bestimmt, ja. Ja, ich hab eins gefunden. Ich hab's gemerkt. Kurz, äh, kurz rechte Wurst hast du gespampt. Was da jetzt used to the... Ich bleib einfach hier auf der Insel stehen jetzt, frech' mir. Vorne doch hier bestimmt irgendwo. Ja, siehst du, wenn da die Taschen da sind. Ja, ich wollte versagen. Ich sehe hier noch einer. Konnt ihr bis dann? Ah, hier spawnen natürlich genau an der Ecke, wo ich jetzt hier wartet, keine mehr. Was ist denn so los? Bei mir. Da denkst du mir auch nicht. Sonst sind die Gäste immer hier die ganze Horde. Und jetzt, jetzt geh' ich mal rüber. Guck mal, bis jetzt. Ich hab' die ausgerottet. Da brauch' ich nicht. Ich hab' die ausgerottet. Ne, zu euch komm' ich nicht. Ich muss die auch teilen. Soll ich nur sagen? Ich töte die, obwohl ich die gar nicht rufen kann. Immer noch nicht? Kannst du die Quest nicht? Oh, da hängt so dein paar angegriffen. Ich hab' die Quest doch nicht. Ach so, du kannst dich annehmen, weil das ist bestimmt ne Folge-Quest. Irgendwie so wahrscheinlich, ja. Aber es ist nicht so schlimm. Bei mir im Real Life kann ich zwar nicht online kommen, aber wenn ich dann doch mal morgens online komme, dann regnet's nicht bei mir. Nein, bei mir gibt's keine Regen. Bei mir regnet's nie. Ach man, sie haben beide bekommen. Naja, ist so, bitte. Ich war nicht immer die Beste, wo ich nicht hier. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Haha, ich hab' einen. Haha, und hab' die Quest fertig. Ich hab' auch einen. Wo bist du? Wo bist du? Nur so, wo bist du? Damit stärkt ja die Chance, dass er jetzt seine Quest. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich Wurst, wer als erstes oder wer als letztes. Wir müssen sowieso alles zusammen machen. Wir müssen warten, ja. Wir lästern dann über den letzten, die ganze Zeit. Also über mich fallen. Egal. Ach mach doch, auch Menno. Jetzt müssen wir auch noch auf dich warten. Ich hätte die komplette, komplette Server wieder hier. Gefühlt, ne? Ja. So ging's mir voll mit den Fußknollen, ey. Das hat mich vielleicht abgefragt. Es hat mir doch letztes Mal, welche Quest, die wir letztes Mal im Stream gemacht haben. Welche war das? Da hab' ich mir auch gedacht, wie banal mal wieder WoW ist. Wie lange. Wie lange wir gebraucht haben, oder was? Blöden, bescheuerten Sachen zu bekommen. Und dann stehst du dann da und zwei Stunden lang. Der läuft weg, weil der wieder auf die Position wieder, da hinten. Da. Oh, das kämpft aber schon. Scheiße. Nein. Oh Mann, Level 6 war da. Hier ist noch einer. The Raining Man, ja. Hier ist übrigens Kräuter, ähm, Erik, bei mir hier drüben, auf der anderen Seite. Gegenüber von der Insel. Ähm, äh, da. Silberblatt. Hm, mach Früche auch. Nicht faul sein, immer alles mitnehmen und dann verkaufen im Auktionshaus nachher. Hab' ich immer gemacht. Mit Kräuter. Da muss er selber seine Archemie in der Form bringen, ne? Muss ich auch noch machen. Jaja, aber im Nachhinein, wenn man das sowieso dann zu viel hat, dann kann man das wunderbar verkaufen. Für Leute, die den Beruf umskillen, oder, äh, umskillen, dann brauchen die ja diese Low-Kräuter und die haben keinen Bock natürlich dann überall rumzurennen, dann geht man natürlich ins Auktionshaus und dann kannst du schöne Preise machen. 10 Gold oder sowas, keine Ahnung, so ein Quatsch, Quatschbeträge. Ich hab' auch einer. On my way. Keine Mittel. Bitte lass' ich als Erster da sein. Oh. Ja, GZ? Für was hast'n du's bekommen? Für's Furzen, oder was? Nein, klar. Nein, einfach so EP. Du bist einfach so OP, kriegst du mal EP, oder was? Oh, hier ist noch wieder Kräuter, oder? Nee, noch nicht. Oh Mann, ich bin immer noch zwei. Ich bin's. Ich bin ein Lappen, den ich nicht erfüllt kann. Es gibt's doch eine, ey. Mann! Und wie tausend Leute sind hier. Ich... Ich... Ich überleg' mir grad'n Text, den ich öffentlich setzen kann. Ich hab' Geburtstag. Lasst uns bitte hier spielen. Aber jetzt, glaub' ich, alt. Wie alt ist Metal? Keine Ahnung, wie alt ist Metal. Ganz alt. Der hat schon Bart. Hallo? Der hat ein Bart. Der ist ja älter als du. Das weiß man nicht. Älter als 23? Bestimmt. Wir sind alle 23. Oh ja, ich wär' gern noch mal 23. Wir wär' das nicht, ne? Svenny, du bist doch 23. Hm... Okay, ich bin 23,5. Okay, ich bin jetzt auf 23. Wir sind alle 23. Was sind die denn? Sag' mal... Ich find' das nicht in Ordnung, dass andere hier spielen. Schreib' mal noch mal öffentlich. Ganz normal, äh... Also Enter und S oder Enter und Y, dann schreist du. Y und Schreien? Dann schreist du ganz laut. Ach ne, jetzt hab' ich das... Schreit heraus. Ja. Ne, Enter und Y geht gar... Wie, wo, was? Y und... Enter, schräg, schräg, Y und eingeben. Ach so, okay. Schräg, schräg, schräg. Ach so, ich bockert sein. Ne, ich schreib' immer noch... Ich schreib' immer noch mit der Kollegin. Das wollte ich gerade gar nicht. Nix. Ja, warum riecht das denn? Gib einfach mal schräg, schrägst du noch einen, dann geht das. Mach' ich ja. Oh, hier ist einer! Nein! Jetzt... Nix. Du verpasst! Du Scheiße! Oh, ich hab' mich! Ich hab' euch! Ich hab' euch! Wo bist du, Mette? Wo ist Mette? Dante, ich stehe hier oben und tanze. Aber bist du schon fertig? Ach, tatsächlich spame ich hier... Ich hab'n Wort Schmerz die ganze Zeit. Ja, ich auch die Wettbewerbseite mit meinem... Ne, ich seh' nicht, Mette. Ich brauch' noch zwei. Ja, dann nimm' du den ein, weil du brauchst nur noch einen. Ja. Ja. Ich glaube, du auch mal, äh... weiterkommst. Stimmt, ich muss ja erst den Text dann noch dazu tun. Ich dachte, ich könnte das erst mal umstellen und dann die ganze Zeit immer schreiben. Aber ich muss ja erst mal. Äh, 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 ja. Oha. Keiner noch. Dein Ernst? Da war keiner mehr drin. Ne. Ich hab' gar nix. Ich hab' gar nix. Da war keiner mehr drin. Komm' noch einer? Äh, ich hab' einen! Hä? Ich hab' einen! Ich hab' einen! Ja! Pulli! Dodge! Dodge! Execute! Jawoll! Jawoll! Einer noch. Einer. Ich hab' einen! Und hier sind gleich zwei! Höllo! Ich hab' auch noch einen! Höllo! Höllo! Jetzt geht's hier! Ja. Ich lad' sich alle ein! Glaub' er nicht! Höllo! Jetzt nur kurz mit seinen Zeugen! Nein, Spaß! Hoor! Wo ist'n der? Irgendwo ist'n noch irgendein Gugler! Verdammt! Da war nix drin! Ist das denn jemand Schneider? nein der helge der helge ist aber ich bin der schneider ich bin fertig das sehe ich nur die lute ihn ja aber guck mal doch dabei haben wir gerade zwei getötet wollen wir nach oben laufen da können wir eine quest abgeben ok also es ist ein weiterlaufen war es aber nur eine quest annehmen und auf dem rückblick können wir die anderen sachen fahren diese turnmüll auf murloc murloc autoren ist einfach die beste erfindung in dem spiel gut dass du es gerade erwähnst also ich habe die kürzesten füße die warum müssen wir so weit laufen metal nämlich mal hucke park ich wollte eigentlich nur wir werden das level 50 eine ganze menge laufen ja bis 40 dann können wir reiten das 40 40 und 60 ist dann episch das was wir gerade spielen das kommt online genau deswegen gibt es auch keine musikwünsche und allem drum dran das hätte ich wieder komplett als komplett stream hochladen leute dauert zwar 50 jahre bis das dann irgendwann mal bearbeitet ist als hd das hat ewigkeiten gedauert das war echt ein witz ich habe ich nicht gedacht dass es so lange dauert es hat fünf stunden schon online bei youtube und war immer noch auf 300 weiß egal was p fand ich lustig du warst dann genauso die warte ich lange genau haben wir diese quest angenommen und tronko gute nacht dir ben gut nacht tronko geht ins welt wo ist ein tronko ben ist tronko ben ist man es vertue mich da jedes mal warum haben hier zwei accounts was ist denn hier warum kann ich hier nichts abgeben was ist das weil wir da noch die sachen unten sammeln müssen was okay hier oben abgeben ja und wenn ich es ganz woanders ab ja da waren das war mit dem mit dem ring dort noch so abgegeben das war diese post die wir hatten dabei haben die rote robe das licht sehen krass da gibt man christian voll die coole hose hier leder und so die die ich vorher anhatte war einfach besser super ich muss langsam mal level 10 werden also ich möchte jetzt gerne irgendwas noch klopfen so eine kuh oder ein hase oder sowas dann bin ich max max level es gibt doch irgendjemanden der hier fast verkauft ich nehme ich alle intelligenter was soll das was verkauft ja hier dahinten auf der anderen seite da ist ein holzfelder der macht das mehr arbeit bist du vorbei das bringt nix dann der bringt nix wird es genauso leer wie vorher auf die etwas braucht die etwas braucht mehr arbeit es ist ja wirklich was andrehen auch arbeit heute wo ich den vor also ich habe einen wetschwein muss ich auch noch draufhauen mein wetschwein ob sie nicht ich spiele aber jetzt wie wir eigentlich so gesehen so aus spaß ich werde jetzt kein anderes mmog dingsbums rpg und auch dann noch noch anfangen dann ist das ist ich glaube das reicht mir vollkommen mit mit ark hier und 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 jurassic world und und so weiter wir setzen wir auch mal ich kann ja mal meinen meinen schwein wetzen hier ich habe mich hier so wätschmeine bekommen ich kann das nicht mehr nutzen was sind das hier oh mein gott ist ehrlich kann ich nutzen Kostmann kann ich im sitzen arbeiten das bin ich nicht ich habe ein Problem mit der Garderobe nur da ist mein Hammer heute Abend Nettel Puh! String! jawoll Hallo Alex Hallo Kevin wenn ich dich noch nicht gegrüßt habe grüß ich dich jetzt ich mag mein Bier wie meine Frauen herb und bitter was schreibt der Witz ne? Ja mal gucken was ich Witze Ich hoffe, ich finde hier ein paar interessante Geräte, wo ich doch so gern rumfummel. Ha! Das ist gut. Mit viel Dingsbums. Wisst ihr, nachts muss ich in Bewegung bleiben oder ich werde unsichtbar. Klatsch mal für die Elfe. Das war witzig. Oh, ich bin nur ein Mitläufer. Wenn jemand sagt, ich geh einen trinken, dann sag ich, danke, ich bin... Okay, dann ein gutes Gielen. Irrwische sind recht nützlich für die persönliche Hygiene. Ich mochte das bei meiner Elfe immer, dass man sich unsichtbar machen kann. Das fand ich super. Muss immer kurz Pipi machen, stellt sich hinterm Baum, macht sich unsichtbar. Ganz cool. Ja. Auf wen warten wir eigentlich? Weiß nicht. Ich war aber kurz unterwegs. Keine Ahnung. Oh, wenn ihr gewartet habt. Was mir gerade so einfällt, ich kann euch, glaube ich, gar nicht helfen, dann... Na gut. Womit? Weil wir uns ja dann gar nicht sehen. Wieso? Du meinst ein bisschen im anderen... Im anderen Dings schon wieder. Das hatten wir ja ganz am Anfang. Alle waren auf dem... Wie nennt man das eigentlich? Keine Ahnung. Leia. Wollen wir weiter machen? Leia ist das? Ja, die nennen das immer alle Leia. Keine Ahnung. Ab hinterm Erika, der weiß Bescheid. Ähm... Alle waren auf dem gleichen Leia, außer ich. Ich war irgendwo. Ich bin verschollen im World of the Web. Oh, klar. Ich bin ja... Ich bin froh, wo ich will. Komikerweise war ich plötzlich bei... Bei WoW? Online. Da... Da wollte ich ja nicht... Oh, hallo. Gesucht! Hogger! Ha! Nein! Mach das selber. Wie viel brauchen wir für den denn? Weiß ich gar nicht. Welches Level war der überhaupt noch mal? Level... 15? Ja, aber Hogger ist... ...easy. Hogger hat noch ein Fünfer Gruppenquart. Ich fand den ne easy. Da haben wir uns ganz am Anfang echt die Zähne, die paar, die ich im Mund hatte, dann ausgebissen. So, und hier wirst du wieder ein paar von diesen Murloc Dings töten. Murloc, Murloc, Murloc. Und hier sind wieder 3.000 Leute. Den Sound von Murloc, Metal bitte einmal abspielt, den brauchen wir als Handy-Klingel-Ton oder sowas. Das ist super. Ich hatte das mal als SMS-Ton. Ja. So brauchen wir 8 von diesen... ...losten, Alter. ...losten, Alter. Was brauchen wir? Welche Quest ist das jetzt gerade, die wir machen? Auf Geld auf dem Monat. Von auf dem Monat kriegen. Habt ihr jetzt auf Englisch. Kannst du nicht tun. Weil, äh, sonst mag das mit diesem Quest... ...äh, on... Entweder deutsch oder gnomisch. Knosch. Schül rein, schül rein, schül rein. Silberleaf. Silberleaf. Oh, sind wir da? Was ist dauernd? Ach, hier spawnen aber ein paar mehr. Ja. Ach, helfe! So, ich hab ne... Ja, ich hab einen gepullt. Erste Flosse. Ich hab den grad weggepullt von dir. Ja, aber der weiß noch nicht, aber krass genug Energie. Der weiß aber auch gar nicht, wenn die du grad zweifest. Stimmt, aber... Da sind noch zwei gespawren, rechts. Specs. Wo, 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 wo? Rechts hinter dem Bauch. Metal, Metal, wo bist'n du? Auf Ersch der Welt. Metal beruht. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Okay. Ah, stopp. Oh, hier sind ganz viele! Kommt zu mir! Ja, die spawnen, oder? Die sind ja ein bisschen gefährlich, wenn die alle gleich sind. Egal, wir machen jetzt alle auf einmal. Ja. Kom, Metal. Das ist... Jetzt ist das... Nur eine Heilung, und dann ist gut. Oh, ich... Ich liebe diese Heilung von... 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 Ich liebe sie so. Ich hab nicht mehr Energie! Juhu! Alex, danke schön! Ganz cool. Oh, ich bin der für... Was... Ähm, äh... Svenny? Ich kann dir jetzt mal einen Stinkelstiefel geben jetzt. Oh... Was haben die denn? Schweiß. Äh... 36. Ja, gut, mach ja. Ich will da einen Schweiß. Ein hohes Schweiß. Jawoll, Mette, Junge. Das ist an mich gebunden. Oh, das ist an mich gebunden. Es tut mir so leid. Ach, mach das. Mach das. Mach das. Oh, hier sind welche! Sven, ich bin hier! Oh, ich bin da! Komm zu uns! Hier sind ganz viele! Oh, hier sind ganz viele! Nicht genug Energie. Noch viel für ein... Äh... Das ist nicht gut in die Woche neben. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Oh, okay. Oh, Mette! Hab da was für dich? Ich seh! Oh, hier wird angehörtchen. Oh, hier wird angehörtchen. Ich hab nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Sag mal, ich klicke die ganze Zeit den Vorderen an und die visiert immer den Hinteren hinter mir an. Du. Voll falsch zu spielen. Da kommt gleich noch einer. Was war das? Junge, die ist vorher ja... ...nach mal Tüller-Sport halber. Auf Rucksack. Da haben sie einen Erdansand, ne? Goldner Randal. Hier, Mette. Ähm... Diese Fähigkeit ist noch nicht mehr... Äh... Oh, Mette. Sag mal! Oh, hier ist ne Kiste. Schnell auf die Kiste! Nein! Ewiger Loots. Ganz ewiger. Oh, ein Silberbarren. Was für ein Metal. Was? Wirst du einen Silberbarren haben? Ja, Kürbis. Ein Gold. Oha... Das hat sich ziemlich selten. Tausend gegen ein Goldbarren. Äh... Gehst du feuchte Händenstupfen mehr? Ich kann dir nachher auch ein bisschen Silber und Sinten und so geben. Ja, aber dass du das an der Kiste kriegst, das ist schon... Äh... Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Weg damit! Ich will das nicht! Nein! Gib mir keine scheiß Kürbisse, Mann! Zu spät. Ich bleib hier, weil hier gibt's echt... Hier spawnen sehr, sehr viel. 6, 6, 6, 6. Du hast doch gerade so schöne Zigeunnersonlaren aufgehoben. Achso, ich hab die aufgehoben. Boah, Level 50. Ja, du hast sie einfach weggenommen. Das hab ich nicht mitbekommen. Du hättest sie bekommen. Ganz ehrlich gesagt. Mach nix, alles gut. Die passen auch noch zu deiner Elfe. Ja, ja. Hier so... Keine Ahnung, so Müsli-Fresser. Ey, Bob-Küfer-Wenn überhaupt. Hat er wieder nichts dabei, ne? Ja. Ja. Ähm... Sivrit, ich muss dir noch ganze Haufen Stoff geben, was ich so gesammelt habe. Ich konnte dir das aber dann nicht Post schicken, weil ich deinen Namen nicht wusste. Rolle wär auch okay. Ich hab, ich hab auch eine andere. Ich muss dann wieder eine gute Leine oder so. Also, wenn, wenn Sivrit keine... Keine Leinen braucht. Also, ich würd erst mal das Leinen nehmen. Nee, Leinen. Schönen. 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 Du kannst halt die Hälfte... Eilen. Ja, ganz in Ruhe. Nee, Matt, Dantix, hau doch auf! Erstmal um alles hauen. Ach, toll. Super. Erstmal alles anschlagen und dann überlegen, ob andere. Oh, okay. Okay, kein Problem. Ach, ach, ach. Ja, das wird nicht genug sein. Ja, ja, ach. Ja, ach, ach. Ja, ach. Ach. also ich schließe mal ganz kurz vor was ich alles so gesammelt habe also es wenig hat mit 20 handgelenk habe ich auch okay dann habe ich einen hammer nicht den in der hose ich meine jetzt in der tasche drei bis sieben schaden streitkolben nicht dann habe ich eine stiefel ich habe stiefel level 17 ich habe jeder handschuhe 33 ist wenn du kämpfst das ist immer so das erste was ich ausmacht also wie kannst du wie kannst du das ausmachen den sound ja ja und dann gehst du auf audio fehlermeldungen macht das häckchen weg audio fehlermeldung häckchen weg da wo dialoge steht okay dann macht sagte das nicht mehr super da kann ich ja draufhauen wie es auf die tasten wie als die heiligen spätze ohren hat dafür minuten und so schneller kommt die wieder wie schnell ich bücken kannst wenn die erfahrungen drin jetzt echt man ich bin doch eigentlich am nächsten am boden ich komme trotzdem nicht runter das gibt's gar nicht das ist doch schiefen ja ich bin einfach der zu leer der rachgierige das gibt's gar nicht MÜTEL da war es sowieso das gibt's gar nicht ey wie schnell die lüten geht es um meine engen ecke hier ich warte jetzt jawohl ich habe noch eine bekommen ich gehe mal kurz zum lehrer ich hab das heute Tino gut nacht warum gehst du zum lehrer ey ich will mal in den Blutrausch zu kommen meine Fähigkeit ist nicht mehr ja machen wir doch erstmal die Gäste Ende ja das Schaura also das ist die letzte Kälte danach gehen wir nur noch ab ähhh schlau 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 okay da verstepp' ich jetzt gleich nein wo nein komm weg da was du huff ja die kam einfach so das war da ja das ist dann hier von mir ey sechs will ich dich angreifen Ich sterbe nicht, ich bin Schurke. Du kennst doch, Schurken sterben nie. Da ist noch eine drin. Da kann man noch eine nicht. Verdammte Scheiße, da ludelt mir einer die Flassen weg. Ich mein, ich hab acht gedacht. Ich will nicht. Ne, ich will nicht. Krabbel. Krabbel, Max Fox, komm. Guten Abend dir. Das war ja gar nicht der. Das ist ja gar nicht der von uns. Sind wir auch so out of combat drin? Ich will kurz Wasser trinken. Okay, dann halt nicht. Hier. Junge, ich hab so... Ich hab so viele von diesen Muscheln. Was? Nur eine Flosse? Ich brauch noch vier. Wie viel habt ihr? Ich hab acht. Was? Ja... Erst drei. Erst drei, okay. Dann bin ich ja gar nicht so schlimm dran. Ich brauch noch fünf. Fünf Stück brauch ich noch. Dein ist einer. Aber ich bin nicht so greedy. Ihr kommt schon gleich nach vorne. Schnell! Ich krieg immer stinkenden Fisch! Mann! Ja, auch nur diese Muscheln. Jedem den was! Die Elfin, die begibt sich auf ganz dünnem Eis. Auch wenn sie drauf rumlaufen kann, weil sie so leicht ist. Heißt das nicht, dass sie nicht da reinfällt? Jetzt wär kaum mal drauf. Aufs Eis. Oh, Mattel. Drei gepolt. Wo ist das? Ja. Ich muss ihn dann ja sehen sonst. Das beträgt ja Schwere Rüstung. Da muss er durch. Ja, er kriegt von mir die ganze Zeit Rüstung getrennt. Oh, Mattel. Guck was ich bekommen habe für die... Oh, warte. Dexos bekommen. Seid gejoinkt. Gejoinkt. Bei mir sind auch zwei. Okay. Danke dir. Brauchst du? Das ist ne Zweihänder. Alex, wir haben... Oh, wir haben jetzt die letzten Monate nur A gespielt. Heute ist... heute und... oh. Das nehm ich mir an. Du bist auch verkauft. Oh, das nehm ich mir an. Ja. Oh, guck mir die Truhe. Ähm. Jetzt im Moment spielen wir mal ein bisschen wieder WoW. Oh, deine Truhe. Hier ist eine Truhe. Mach sie auf. Ja, ja, ja. Würde ich ja gerne, aber ich bin in Combo. Dann mache ich sie auf. Ja, ist das lustig. Ich kann nicht mit dem Kampf... Geht jetzt mal raus aus dem Kampf. Jetzt ist den nur los. Oh, ja, jetzt sind gejoinkt hier. Aber ganz schlecht. Ach, Mann, Deck. Ninja, Looter. Ähm, Mantel 11. Mal gucken, ob ich den selber brauche. Mantel? Ja, Mantel 11. Wer braucht nen Mantel... Mantel 8? Also Rücken. Äh, warte mal. Noch ne Kiste? Hab ich nicht alles gelootet? Ich brauche neun. Scheint so. Haha. Komisch. Ich hab 5 Mantel. Ach, super. Ich hab neun. Ich brauche neun. Du brauchst also fünf, äh, Mantel? Ja. Ich brich Bock auf Shadow Priestles, von mir hergestellt, bestes Leder. Ähm... Ich werde auf jeden Fall um... Zwischen auf Magier oder... ich hätte hätte gerade noch ein heiltrank nehmen können aber das habe ich nicht getan gestorben wir haben wir nur zwei heiler bei uns in der gruppe die drei ich kann ihn wiederbeleben dann text willst du diese journeyman fans haben gerne habt ihr nämlich schon weisen gute nacht ab und warte das andere ist aber noch nicht gebaut hier ich bin gleich wieder da brauchst du dich retten wenn er jetzt nicht machen würde nutzt nur tut ihr ruhig weiter ich merke das schon schuldet sie ich muss todes immer noch ich habe gerade nicht verstanden ich mache ich mal ein bisschen lauter so ledergürtel 29 armor ich hab gar kein gürtel ich konnte gar nicht noch gar kein bis jetzt glaube ich doch noch ein gürtel nicht stimmt das war ein gürtel gewesen wie viel brauchen wir denn jetzt noch brauche ich brauche zwei also alle zwei ok ok so voll da ist er da 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 bleiben wir einfach hier hier ist es am besten m eine gute Nacht nur Fisch schwingt ein Fisch dann Dixasso alles schon oder muss noch zwei ich brauche auch noch zwei ein Rücken tut mir so weh oh du hast ich bin noch mal hoher besser ich bin zehn Monate und keine Ahnung warum der Sound schon wieder nicht kommt was ist denn los heute das sind 94er-Armler-Lex nehme ich nehme ich nehme ich nehme ich ja dann gib mir mal die alten zurück Jan wie geht's hier ich will wenigstens Bisschen Gold machen und was verkaufen das war es ja Gold, nice da kann ich wenigstens bisschen was verkaufen weil ich brauche auch Geld oh Gott Gold Gold es geht es geht ja gleich auf zählen kann man sich so viele Sachen als riesiger kaufen das wird richtig anstrengend oh ich bin da so gerundet ich bin ohne Hosen doch hallo 20 gute nacht ansohn ja ich bin fertig mit dem nicht hinter mir wie gesagt und ich habe das wenn wir so viel so viel wie ich kann sie gar nicht haben wölfe getötet damit die sechs herzen von beiden zusammen hatte wiew ist ja das aber halt anders heftig andere machen das durch 30 minuten und sind fertig sie kommen aus dem startgebiet raus und haben fünf sechser taschen wer hat hier schon so viele sechser taschen du hast ja letztes mal bevor du aufgehängst bist das war 5 gemacht jungen kann ich mir nicht vorstellen aber es gibt ja auch manche die kriegen dreck von anfang an eben auch im im loo gebiet kriegt man ja schon taschen ich habe ja auch eine gefunden habe ich mir jetzt geschenkt ich habe sie dir geschenkt weil du senni bist und nicht weil du die beziehung was die die eine frau mit ihrer tasche hat hat sie dass ihre handtasche erklär uns das doch mal kann ich persönlich nicht sagen weil ich so ein bisschen nicht habe aber viele frauen leben doch ihre handtaschen reden die die tauschen dann mit einem ja weiß ich nicht jetzt sehen die geschichten ich habe eine tasche ich habe eine tasche wie heißt die noch mal wovon gab es diese diese schulfanzen auch die haben die die habe ich seit 2009 bauchtauschen ne um bauchtauschen ist ein kinko oder was äh da kriegst du keine bauchtauschen ne klar ich bin durch wie sieht es bei bei metal aus ich bin auch aber gut aber abgeben 50er schaden gemacht ich kenne ich denke ich will müssen hier weg äh ich habe einen fisch gekriegt ich höre schon wieder diesen dieser sound hilfe wohl dass ich das hinter mir gelassen habe äh ich bin komisch wieder der mensel muss mal für kleine zwerge nein kupfer 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 du hast viel zu viel liegen lassen letztes mal ich ja das ist fertig äh nein da habe ich schon welche andere gelootet wegen weil warum zeigt ihr mir an dass ich hier noch eine quest habe ehre dem könig freund ehre dem könig freund ehre 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 bruder ehre ehre dem könig Ehre! 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 eh! Ehre! Ehre! Oh Mann! So, jetzt in die Stadt zurück! Leinen Kopftücher aus?! Seid ihr damit schon durch? Hm? Diese Leinen Kopftücher, die Defias Schnetzeln! Wo ist denn das Hyde? Was ist das? Das ist die Red Leinen Goals. Sie auch nicht. Die Red Leinen Goals. weil die sind sie warte dann teile einfach mal jetzt machen oder was ich mache ich mache ich habe mich hat das jetzt auch keine realität das handvoll hafer müssen wir noch glaube ich ne und das taschen uhr ja das ist da kommen wir schon langsam in die Nähe von der ersten instanz wir sind es dann würde ich euch raten 18 zu sein er hat die geht erst einmal voll hier wo geht es los die kraft die schon mit 16 machen aber das bringt nichts doch finde ich nicht nein nein wenn du eine gescheite gruppe hast geht es schon ich wollte gerade sagen wenn wir das machen dann wird das schon alleine deswegen funktionieren weil wir im tss sind ja aber du bist ja mit randoms drin also ja und die haben schon wesentlich besseres ich habe ja voll schlechtes ich kann noch nicht so viel machen ich kleide dich gleich in dextro rüstung ein nackt rüstung hautverknochen läuft doch einer die kommen auch folgen so freuen wir dem ja den bomb wenn man ist voll schöner name das kommt davon wenn man hier ein genommen und der auch noch grünen einen grünen bart das ist genau richtig trotzdem lache ich den aus ich muss gleich noch mal mit geschäfte machen hier die erste die ich gefunden habe irgendwann der wenn der bämpel irgendwann aufstehen bleibt oder aus protest und immer schön weiter so eine massage anbieten das doch schick ich habe kein alkoholproblem weil ich trinke ich bin betrunken kein problem hat er gerade irgend die ganze zum volk und das ist ja gut sie hängt an einem stock dem haue ich also frisier wo kriegt man eigentlich das bescheuertes zimt pulver bitte her erstellen vom ingenieur das hier um mir diese für dieses feuerstelle anzumachen das kannst du kaufen ja aber wo ich habe es ich habe es echt okay ich war jetzt ein bisschen goldtein gewesen ist echt nicht gefunden sind so blöd bei den standard händler wurde dich auch da ich habe hier noch ein deutsch hat jemand bocken bocken eberfleisch wo siniges wolfsfleisch ich glaube das habe ich gerade verkauft ich habe ich habe siniges wolfsfleisch verkauft habe ich gerade zurückgekauft ja das sind die wolfsmilch habe ich auch noch wir sind gerade beim schmied merci bitte da ist gerade ein feuer schön ein goldhain komm dann vorbei wenn ich dann willenskraftzeug brauche du redest von mir ich mache mich unsichtbar danke schön wir müssen unbedingt die gilde machen dann hat man nämlich die namen auch gespeichert oder dann kann man nämlich dann irgendwie nur die buchstaben beim beim ding hier gibt es gebratene elf mal gut wir geben etwas fleischiges essen nein ich bin veganer das war schon bar ist tofu oder so ist das normales essen ist normales bar food gibt es erst später kochen level 20 kochen stufe 2 nein wie sagt man das punkte 20 20 genau punkt stoff handgelenk 7 hat jemand interesse ich liefere nur feinste waren kaufen 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 wir fürchten das quellwasser interessiert es euch noch oder oder nicht ja 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 ganz viel ja ich hab nur 1 einmal aber könnt ihr könnt ihr den 1 könnte gerne haben ok dann binke bis seit vorsichtig das würfel ich wollte eigentlich eigentlich anflüstern und du flüsters mich an und an dann war das war das das war das wasser eine flasche ach da habe ich gerade reingewinkelt das ist doch nicht ich gebe es den minister oha ich würde dafür nicht geben ich habe mich noch ganz viele oder brauche ich brauche nicht ach so wo müssen du links da ja hier hinter dir kannst du mal kurz das gruppe warum damit ich dich einladen kann und die das zeug den staff gehen kann auch so ich sehe ihn ja nicht hat jemand lust auf fleisch hat jemand lust auf pilze hat jemand lust auf eber fleisch auf kürbis ich kann hier alles anbieten bei der märkte direkt noch mal wasser mit das kann er dann nicht weiter und verkauf ich den ganzen schrott jetzt hier will das jemand haben irgendwas zu essen 20 20 nur bitte danke wer ist jetzt hier schneider der helge dann das ist doch für dich doch gut dann ich kann ja hier ins haus zum zum lehrer du bist schneider ja ja aber erst level 1 und so er macht nichts er kann es wieder einladen warum bist du bei mir da wo bist du beim schmied noch in der nähe aber das war ja das war ja aber ja weil oh wie macht man aber die hälfte mögen eure reisen sicher sein das war noch nicht so hm nacka guck ich shift rechtsklick auf das ding nacka zu teilen rechtsklick dann da ja so cool danke ok schönen guten tag alles für mich gejoinkt danke ok 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 so grüße grüße welche quest machen wir ich hab auch ne ich hab auch ne priester quest schönen tag auch was ich bin noch weniger abmann dinks jetzt kann ich eigentlich beid händlich ja ich muss auch noch in irgendeiner hauptstadt um stehe zu erlernen wieso hier oben haus ne kannst du oben nicht erlernen ganz sicher ne du musst zum wachgemeister gehen in eine große stadt ok wir können ja mal kurz in die stadt gehen wenn ihr irgendwas braucht das können wir gerne in die stadt ja ich soll ja immer mit dem priester reden der normale händler soll das pulver haben ja das pulver zum zündeln ja gemischt warenhändler normalerweise hm schönen tag auf wo bist du den gemischt waren braucht ihr hilfe händler hm den gibt's ja vielleicht nicht brauchst du es einfach holz ist das das oder was war das zum anmachen zum feiern ja das holz brauchst du auch ja ein vollstein und das holz genau so war das wie kann ich euch helfen tja da ist der vollstein super ja du bist ja anders an mir vorbei geschwunden mhm sei zu vorsichtig seid ihr schon unterwegs zur stadt ja ja ok Svenja folgt mir gerade es regnet ja schon wieder verdammte Henkel hier weil ich esse gerade hm 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 halt hm hī Ich hab endlich wieder meinen Feigling-Mode bekommen, wegrennen. Sprinten. Jawoll, nicht schlecht. Okay, bis gleich. Wer von euch spielt denn überhaupt im Chat gerade? Nicht gerade, überhaupt WoW? Kann ja sein. Wir müssen auf jeden Fall genug sein für eine Gilde. Zehn Leute müssen wir dran. Zehn, Hilfe. Naja, das muss ich halt vielleicht noch unterschreiben. Ja, aber wir werden das schon, erstmal denke ich mal, werden wir das schon so schaffen. Und ich, boah, ich will jetzt bloß nicht dann betteln auf der Straße. Such dir was Bestimmtes? Schön, danke. Kannst du mir die Gildsatzung unterschreiben? Mir kommt sogar Geld. Hey Leute, laufe ich überhaupt für dich in die richtige Richtung? Ähm, willst du mich jetzt in meinem Leer verbringen oder was? Alex spielt arg. Hey, ich will hier oben zu der Kathedrale laufen, weil da ist meine Priester Chris. Na mach doch. Aber gab's nicht in Stormwind nach einem... Nein? Hallo? Er ist in Husten. Hallo? Hallo? He is gone. He is gone. Ähm, er ist gone. Ja, hallo. Wieder da. Welcome back. Gab's nicht irgendwie nach irgendeinem Patch auch einen Druidenlehrer in Stormwind? Gab's da nicht auch noch? Ja, es gibt ja einen Druidenlehrer, aber es gibt... Aber ich kann meine... meine Kastikwestern mitmachen. Ja. Minimaster, LT ist gut. Macht Spaß, nicht? Auch gerade arg. Alle Arken. Melone spielt nichts. Melone ist einfach ein Obst. Ich hätte jetzt auch Bock auf eine Melone. Mhm. Ganz ehrlich. Auf eine Honigmelone, Wassermelone. Wasser. Ich werde mal bei Twitter... Nee, bei Instagram. Bei Instagram werde ich mal ein paar Bilder von den Melonen, die wir hier haben, posten. Nur mal so als Vergleich tue ich mal meine große Hand. Ich habe eine große Hand. Meine große Hand werde ich dann daneben legen. Also hier beim Türken kriegst du auch so große Melonen. Aber ich würde schon sagen, dass die ganze Melone, die ich immer gegessen habe, war ein Quartier bis jetzt. Das Licht segne euch. Aber Quartier war schon geil. Ich muss dich wieder lauter machen. Ich bin schon wieder so leise. Ja, ich habe dich mal auf 13 gemacht. Ach Gott. Ähm... Kaserne von Stormwind. Wo ist denn die Kaserne? Das Licht sei mit euch. Kaserne, 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 Kaserne. Wo ist die Kaserne hier? Das sagt mir egal. War die nicht oberhalb vom Magierviertel? Was nicht die Kaserne? Äh... Bei mir ist hier eine Quest für... Oh... Für Level 15 an. Nee, die nehme ich nicht an. Kampfmeister, Offiziermesse, Waffenlehrer, Stallmeister, Briefkasten und so weiter. Wo ist denn jetzt hier? Die Kaserne, verdammte Hacke. Oh, ich kann doch meine Klassencrusty annehmen. Nice. Fuck, Champ. Oh... Ist die schon hier? Wird mir angezeigt. Warte. Warte. Dem Ruf folgen. Ja, ja. Ich muss fast nach Danasos. Das kann ich vielleicht tun. Boah, alle hackt mich doch. Huch. Konnte hier annehmen, aber muss trotzdem nach Danasos laden. Hat noch zurückfliegen oder nicht? Und da haben wir... Warte. Da muss ich hinfliegen? Sobald? Da muss ich hinfliegen? Ich muss da jetzt mal die Reifenschmiede mit der Tiefenbahn. Da muss ich bis nach diesen komischen, diesen komischen Stadt da, wo das Schiff abfährt, fliegen. Und dann da muss ich mit dem Schiff fahren. Da muss ich da nochmal umsteigen und da und dann bin ich dann immer da. Und da hinten? Ja. Ich kann jetzt sagen, ich habe mal einen Punkt ein... Ah, ich kann jetzt Punkte verteilen, ich bin ja Level 10. Hahaha. Oh, ich habe keine Ahnung mehr, wie... Aber es gibt mittlerweile Skill-Guides im Internet. Ja, da kannst du ja klicken und gucken, wie das am besten ist, ne? Das ist halt ein besoffeneres Maul von mir, ich glaub's nicht. Was? Ja, meine Quest. Die Klassenquest, ich muss einen Bedrungenen erstmal platt machen. Viel Spaß. Was ist das denn? Keiner hat gesagt, dass ARC sei jetzt schon BOW fair ist. Ich weiß. Also trennen sich jetzt unsere WG erstmal wieder kurz, oder machen wir noch was? Ich weiß noch, was jetzt hier der Fall ist. Also ich suche grad nur meine... Also ich hab meine Klassenquest jetzt fertig. Ich suche jetzt grad meinen Klassenquest und dann können wir eigentlich direkt wieder loslaufen. Okay. Ich würd's mal wissen, damit ich weiß, was ich jetzt mache. Ich find's aber ganz ehrlich, den blöden... Seid vorsichtig. Äh, Matthias Shaw, wo ist denn Matthias Shaw in der Kaserne? Matthias Shaw in der... Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Du kennst den? Ja. Krass. Persönlich. Krass. Ich hab meine Verteidigungshaltung. Oh mein Gott. Ich merk das schon, rechts, links. Du bist es. Ich hab grad auf die Karte geguckt, deswegen hab ich grad irgendwie abgedürfelt. Das ist ne gute Ausrede. Also... Hätte ich dir fast abgekauft. Mensch. Ähm... Eins. Multi-Action-Bahn. Komm. Alle geben wir in der Fall. Hm. Aufschmerzen ist gut. Nimm mal für deinen Gequets auch noch an. Da. Dantex, neben dir ist ne Quest, ne? Ja, das ist äh... Ich such den. Ich seh den nicht. Warte, ich komme. Ich zeig dir, wo der ist. Oh my way. Aber die ist aber, das ist ne Level 15 der Quest, ne? Ja. Stimmt, das Gebäude, wo man ja die ganzen, ähm, Schurkenzeugs herbekommt. Stimmt ja. Ja. Ich glaub, den siehst du doch nur, wenn... Der ist ja in Verstohlenheit oder so. Warte, oder was? Ne, ne, der ist nicht in Verstohlenheit. Warte, hier ist der im Haus drin. Ja, hier ist der. Äh, oben. Hast du... Hast du ein Schurken spielt? In dem Haus drin, in dem linken Haus. Ähm... Da hab ich auch mal. Wenn du das linke Haus reinläufst, da steht er da. Hallo. Bunden? Ja. Blindtomaten. Was kann ich für euch tun? Gegrüßt. So, wie das dann. Äh, bei mir wird da oben auch noch eine Quest angezeigt. Ich weiß, ich hab, wird über deinem Aton auch angezeigt? Also nicht hier oben, nein. Ja, Graham and Elmore. Nimm jetzt, Dankeschön. Ne, bei mir wird da Monty angezeigt. Ganz oben, bei The Draven. Achso. Da wird das Monty. Die Deep Run Red Roundup. Ja, Graham and Elmore. Die kann ich sogar abgeben. Genau, die hab ich auch abgegeben. Und dann nehme ich noch eine Quest. Und Monty. Ja, genau. Die Monty hab ich aber nicht gesehen. Da war niemand. Das ist die, äh, Deep Run Red Roundup. Das ist diese, äh, Rattendöner Geschichte. Oh, Rattendöner. Das ist doch ne Tiefenbahn unten. Rappenkebab, genau. Rappenkebab, genau, ja. Hast du das schon gemacht für dich oder noch nicht? Rappenkebab-Geschichte? Ne, aber die ist auf der Seite von Ironforge. Oder da beginnt sie. Oder irgendwie sowas oder auch was. Warum hab ich die nicht genannt? Habt ihr ein paar Quests annehmen können hier jetzt grad in Stormwind irgendwie? Ja, ja. Irgendwelche? Ja, haben wir gerade. Okay, sollen wir uns vor, ähm, vor Stormwind wieder treffen, oder? Ja, komm, jetzt geht's machen. Dann häckle ich auch mir jetzt grad noch vorhin. So, wenn wir eine abgeben. Ja. Machst du die Rattenfest auch noch, oder nicht? Äh, die würde ich irgendwann später mal machen. Okay, dann schaue ich auch drauf. Von, von den XPS. Ich hab' den Quests, die jeder machen kann. Ja, aber das ist ne, ne Klassenquest. Ja, das, ne, die kann ich dann machen. Okay, dann teilen wir die da vorher, wovon, wovon sie sie machst. Die hast du, glaub ich, schon. Du musst das Stormwind kommen, oben rechts in dieses Graven-Distrikt, wo wir alle sind. Das werden die Strikt, oder? Achso, jetzt mach' du dir, äh. Kannst du, glaub ich, auch noch was abgeben. Den, ja, du, Hannes, in den Land. Das werden die Strikt, doch, äh, falsch. Wow. Wow. Weil wir Christen, die Draven ... Wenn die Quest einfach rot ist, nice, wie Spock. Ahh, genau, hier ist die. Hä, die geht praktisch in der Instanz. Ja. Ja, die Fremdbahn ist ja in der Instanz und ... ... На anderen Seite der Instanz hast du dann ... ... du musst nur warten ... ... ... Guck guck, da komm ich. Oh, ich glaub. Dance, 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 dance. Oh, natürlich auch schon wieder voll, wenn es okay ist, ne? Testosteron, Testosteron in die Mucke spritzen hier. Testosteron, Testosteron. Testosteron. Das ist irgendwie kacke, dass wenn du da auch anfängst zu tanzen, du dich bleibst synchron mit dem anderen Tanz. Ja. Das nervt mich irgendwie. Aber es gab, glaub ich, irgendwas, was alle um dich herum zwingt zu tanzen. Ja, bürte. Genau. Aber die kam nicht. Die waren aber nicht, die waren nicht in Classic. Ne, die war viel später. War halt viel später? Jaja. Ja, das gibt's ja noch nicht. Es gibt ja noch keine Spielzeuge und so. Großartig. Das mit viel Glaser, das kam immer alles später. Ach, ihr könnt mir die Quest schon mal teilen? jetzt größten oder und das war klar will er jemand zu Fuß nach Frankfurt schon und der ich habe schon alles gemacht das ausfahren das dauert halt ewig und haben wir die Christi schon angenommen gehabt Nein haben wir nicht haben wir nicht angenommen warum fahren wir denn mit dem Zug? auch wenn wir da hinten müssen ja wenn wir das annehmen können auch die Quest nimmt man da hinten an oder wie? ja dann gucken wir drüber kurz auf M siehst du die ganzen Quests auch? ja ich seh's dann auch tausend Quests, Alter ja ja, heftig ah, ich seh auch Head for Out, wo das ist nice hallo guck mal, was für kleine Hände ich habe, guck mal wie verkuppelt das aussieht, guck mal hallo vor allen Dingen deine Hände sind fast größer als deine Ohren die Ohren sind größer als deine Hände, so ja ich muss große Hände haben, der hat die auf ihn zu packen bei mir auch so bei einer Nachtelfe, äh hier rechts 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 kann ich euch helfen? hinfort! 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 ja das raps captured deep run reicht das, wenn du das machst? ja ja ja, ist egal, also hier leckeres Wochen geh mal arbeiten, ich setz mich hier lang hin okay wie sitzt da noch nicht mal drauf? hallo, das finde ich nicht in Ordnung das ist das ist Gnome Mobbing vom Spiel ich sitz hier gar nicht, ich bin schon mal auf der Kante bitte ist das für dich leck mich, Metal das hat aber lang gedauert ich hab grad neben dir einen fliegen lassen ja ich hab's gemerkt da du mal, ich hab nix getan und die Quest ist fertig so sollte es immer sein hi, wie geht's? hi, wie geht's? hallo! da könnt doch direkt die Bahn, beit euch! ich kann die annehmen ich kann die annehmen ich kann die annehmen ich wünsche euch einen schönen Tag okay, fertig du weißt nicht, hab ich die jetzt abgenommen? ich weiß es nicht keine Ahnung, das geht immer so schnell bei euch kann man die noch eine annehmen? ne, ich glaub das das ist ein Bad, oder? ne, hey du Gott, man kann eine annehmen so alles klärchen ich wollte gerade eine annehmen ich wollte gerade eine annehmen ich auch seid ihr auf der Eisenschmiedeseite? ja ja ah ne, ich hab die immer noch nicht angenommen bekommen weil irgendein anderer die geht nur hier und hat ach man ich war's ich bin schon weit und davon oh feine die, Alter so, was müssen wir jetzt machen da? mann zieht sich die andere Seite die andere Seite der Macht die dunkle Seite aber Messe ist schon durchgezogen ja, ja oh Mette abgehoben, oder was? fährst du nicht mehr mit uns? na klar kannst du eine gute Nacht? ich mein ich mein mit dem fahren fährst du nicht mehr mit uns ja, wenn ich schon da ist ja, hä, ja warte doch komm, wie lachen sie aus? erst, erst ein, ein Konformist wie lachen sie sichere ha, 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 ha wie das nicht aus, Kollege du brauchst jetzt nicht hier nur weil du anderthalb Zentimeter größer bist als ich ja, aber auch nur mit, weil du Haare hast hallo? Auf dem Kopf. Ich muss meine Intelligenz ja verbergen. Ja, ähm... Ja. Hoppne, schweigen. Wenn ihr eine Luftwolke seht, die vom Nichts kommt, das hat nichts mit mir zu tun. Ich fahr vor ihm. Ja. Ah, hier ist ja einer, der fällt ja mit mir mit. Mit dir. Da fällt nur mit dir. Der folgt dir wahrscheinlich. Bring runter. Seht ihr den nicht? Ja, oder? Doch, klar. Hätte sein können, dass das irgendwie... Oh, wait, falsche Richtung, falsche Richtung. Wir hatten ja die Quest annehmen können hier. Oh, der ist runtergefallen. Der muss zurücklaufen. Der ist runtergefallen. Oh, nee. Ah, nee, den kann ich hoch. Junge. Yay. Untergrund, der hat den Geber. Ich weiß, du fliehst. Voll lecker. Junge, kann ich den Geber abkaufen, Junge. Ich kann 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 den Geber abkaufen, Junge. Ich finde das super. Das macht mir voll Spaß. Wie oft habe ich das gemacht? Ich bin einfach durch die Stadt gelaufen und habe alle angeklickt. Ja, ich auch. Ich finde das so. Manchmal Mana sind es bekämpft. Ja. Ja, dafür nimmt man ja Rang 1 dann. Weil Level 60 ist. Einfach mal mit Rang 1, Infusionshaus stellen und wegspammen. Spam, 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 spam. Damals bei Classic war es noch ein Highlight mit einem Hexenmeister, den, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, keine Ahnung, Feuerkolem, Steinkohlem, das große Ding dann, bis er dann irgendwann frei wird. Entferne. Entferne, ja, Höllenbestie. Genau, wenn er dann frei ist, dann haben sie ja alle Spaß, dann können sie ein bisschen fighten. Oh ja, darauf freue ich mich schon so ein bisschen. Einfach mal nach Armforge in die Infusionshaus stellen und... Ich muss, ich muss, wo muss ich nochmal hin? Pass auf. Ah, wo war denn nochmal mein... Ach, scheiß, hä? Ach, ich muss das hin. Wo ist denn die Wache? Wo ist denn die Wache? Wache! Wache! Ach, ich bin doch hier. Ich bin richtig. Ehre dem König, Freund. Siehe den Ehrenfreund. Ehre! Ehre, Bruder! Wer sagt, dass das eigentlich hier, dass das mein Freund ist? Ehre, Ehre! Kann ich euch helfen? Ehre, Ehre! Ehre! Ehre, Ehre! Ehre, Ehre! Eh, gehen wir aus dem Weg. Was, ich muss auch hier hin? Nein! Ich schwinde hier, das ist meins! Oha, ertheitlicher! Alter! Oh nein, schon zwei Monate! Aus dem Allboy! Krüger-Klepp! Amitalia, du bist doch auch auf unserem Server! Komm doch mal, komm doch mal nach Stormwind! Wir machen hier Big Party! Ne, wir gehen jetzt! Dance, dance! Dance with some body! Ihr könnt die doch gar nicht sehen! Seid vorsichtig! Wieso nicht? Vielleicht doch! Wir werden das schnell bekommen! Schmeiß mir eben so lange Dante aus der Gruppe für einen Monat oder so! Und dann... Dante, keine Sorge! Ich nehme dich mit! Der hat eben einen Witz gemacht! Der hat einen Witz über meine Haare gemacht! Dabei habe ich die Haare eben so lecker, lecker geschleckt, die Haare, damit sie hochstehen! Und... Ja, lecker! Und die Elfe stand vor mir! Ja, da mache ich es glatt! Ich möchte mich da formulieren! Damit die glänzt! Glänz! Glänzen, Bruder! Ehre! Ehre! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Irre, glänzen! Ehre glänzen! Glänzende Ehre! Ich hätte noch Ehre, diese blöde Sprache manchmal! Hallo, Jessi, danke schön zwei Monate! Ich glänzen, Bruder! Ich freue mich mit meinem Besten! Ich freue mich mit meinem Besten! Ich freue mich mit meinem Besten! Junge, SSIO! Ich freue mich mit meinem Besten! Ah ne, war das... Warte, war das Fallimal oder war das SSIO? Das war... ... 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 erzähl mir mal was hast du für rüstung hier so brust und so also ich kann dir anbieten 62 mit zwei plus zwei ausdauer wo du sagen dass das kann doch mal ich mache es dir mal dann ist die hat das ich stelle euch was an leute was wir machen gar nichts verklemmt wer ehre jungen gesagt das ist doch so so und wenn du hier auf die leute von von den von den typen hier ist von er weiß bescheid er ist willst du auch oder was hallo will küschen aus mädchen was er genommen heute wird nicht gemummelt das licht sei mit das licht sei mit uns also möchte das was du gerade gesagt dass du das erinnert mich immer an ein clip von montel er erregelung vorhaut das leben genommen und das ist so ein clip von montel brauchst du das? so lustig äh ja brauchst du das? da ähm was habe ich noch für dich? nix dankeschön bitteschön dann text ja aber du sagst du bist so ein stormwind ok ich habe das ja witzig bei mir tanze ich bei dir tanze ich nicht hast du da vorne an dieser brücke wo wir eben die quest abgegeben haben auch wieder einer angenommen hör runter tatsächlich habe ich jetzt keine quests mehr offen aber in ironforge kann ich mich da habe ich damals alles abgegeben ja abgebrochen es geht nicht um ironforge es geht nur um die quest hier draußen wo wir eben diese flossen gesammelt haben die haben wir ja an der brücke bei dem guard abgegeben auf dann schönen guten tag ich meine ja da wo wir diese 8 flossen sammeln mussten ja hinten ja genau da haben wir die ja bei diesem guard abgegeben hast du dann noch einer angenommen wieder? bei mir wird auf der karte dann ein ausrufzeichen angezeigt und ich habe da auch gar keinen Fall eine angenommen hallo metal sollst du irgendwo hin? äh ich darf grad zum goldhallen da muss ich äh zum mal krieger quest ne ich hab da keine mehr ach so müssen wir aber ich muss ich müsste mich auch noch in goldhallen umgebung auch nochmal irgendwie so devias äh ähm um klatschen wegen meiner quest hier äh links quest ja es ist ich glaube daran daran liegt das auch dass wir diese folge quest nicht haben weil wir die devias noch nicht weggeklatscht hatten hm das mit den devias das könnten wir ja eigentlich jetzt gerade zusammen machen da ich die glaube ich machen muss dann kannst du so die dann kannst du die die glaub ich dann währenddessen looten oder? genau hallo benny oh gut dann überall ähm sogar direkt bei der haustür von stormwind ähm werden mir hier welche angezeigt na was für ne quest warte das rote leinen waren ach ja die haben wir ja alle schon genau ja das ist bei wo waren das nochmal mit nicht ich teile mal alles was ich gerade so habe mit dir also ich lauf kurz nochmal zu der brücke und guck ob da eine quest ist kannst du weitlaufen ich teile währenddessen läuft dann teile ich die ach ja okay wenn das nicht die vorgequest davon ist so die d4 spüren gleich direkt vor stormwind rum also grob 63 72 ne 31 60 noch was dann oder hat er schon fertig oder oder so weiter erfolgreich gegen die wand sehr gut und das gibt's nicht ich komme wieder in der wahl das fängt wieder an zu pissen wir können sie sehen ja also ich sehe zwei männer eine frau vor mir stehen ich sehe ich sehe deine ich will ich will was ich will nur klicks absagen hier das hat ich auch gerade voll so genau ich kämpfe gegen drei wölfe bei dem blatt absolut da kommt einer vor mir was nimmst du hast du denn jetzt schon eigentlich eine eine gillen geschichte gekauft müssten wir mal machen ja müssen ja nicht mal in der gruppe drin sein das problem ist wie viel geld habt ihr zusammen ist kostet glaube ich ein gold oder ich glaube 10 silber 10 silber ich kann nicht teilen ich bin arm 60 silber wenn der kauf 60 silber was hast du gemacht hast du dich verkauft irgendwie im zwergen viertel oder was wer weiß wer weiß dann wird nicht verneint wird anschaffen gegangen bei den zwergen beim gildenmeister was das passt der müsste glaube ich direkt am anfang sein ne auf der rechten seite ich glaube wenn du reinkommst rechts irgendwie wie macht man den normalen chat einfach nur mal beschreiben gehen wir danach in den bestfall ja also nachdem wir werden fertig machen ja genau nach dem fest aber was hast du denn noch groß war auch das ist noch hogger auf jeden fall und ich habe nur noch report report und dinge sondern wirst du gar nicht so gut leine waren hilfe für west stromgarnison meldung bei genau der hilfe habe ich auch noch und dieses melden ist glaube ich unten schon in west weil er an egal dass das west da ist auch das vorka der einzige was hier nicht ist ist report diesen typen wo ist denn der down tower on sentinel hill just road in middle of west fall der gruppe das sind zehn silber in silberlinge decks ok ok das ist nur ein bug mit dieser wache hier die hat keine quest weiß pp gab aber da du ja dann gildenmeister sein willst wirst tust hattest du die körper kann ich gerne machen könnt ihr kann aber auch jemand anderes machen ist mir jetzt wo es muss ich jetzt nicht unbedingt sein doch doch ok ich bin ich komme zu machen das schon wo waren aber diese spielgruppe ich komme jetzt zu dir du zeigst mir ich gebe aus ja gut dann machen wir jetzt die ganzen mobs sowieso immer ab und sind wir eh fertig ok ja wir müssen so so in die richtung also ja ja dann wird es immer machen genau und dann müssen wir nach westfall ja ein bisschen nicht unbedingt wir können auch dann gleich den hogar machen weil der ist ja gleich auf den weg zu westfall ja genau da ist er da auf dem bankgarten grottwasser wer läuft denn hier ich muss immer kriege ich muss immer kriege ein quest hinter warte warte ich krieg es noch mal warte aber warte ein quest von mir ein bisschen was ich muss mir eigentlich gar nicht geben ich habe das sowieso jetzt gemacht ich habe schon ein paar gute aktionen hinter mir was macht es wenn ihr da sich dass sie diesen handel abschließen wollen das ist ja das erste mal gekommen wohin bei welchem wer war das hier der rechte rechte das lief sei mit euch gilde gründen weiter hat dann text jetzt gespendet oder auf eine giltensatzung erwerbung ist das ne kosten und das ist was jetzt müssen wir den namen jetzt hier eingeben genau so ist es einmal mit profis ist das ok für euch ja vollkommen aber profi mit ausrufezeichen oder ausrufezeichen das ist jetzt eine frage keiner sagt er was die grauen zellen fangen grad an zu arbeiten das müsste gehen dieser namen hält ein oft die waldfähe jetzt muss ich ja die ganzen leute hier schreien wie war es noch mal mit y du gibst mir jetzt erstmal die satzung die möglichkeit dass ich damit unterschreibe die nötigkeit die nötigkeit wie mache ich das überhaupt weiß ich schon gar nicht mehr aber rechts ja und da ist glück weiter bei mir sofort der und dann ich will erst mal die unterschrift oder so genau ich unterschreibe einfach und merke wo ich bin da sind wir jetzt dann text und amitaya sind sie schon drin easy going und die haben noch nicht mal gold dafür verlangt super weiter geht's ich bin auch noch da ich bin auch noch da ich bin auch noch da ich bin für gold wo sie jetzt da ist hallo leo leodino auch leodino hab ich kann nicht mitbekommen oh gott oh gott ist tut mir so leid guten nacht dir wir müssen jetzt hier noch irgendwie leute leute nötigen kann ich das über die über die muss ich vor dir stehen ich guck mal ich glaube ich glaube früher war das noch mit dass man noch vor einstehen muss mit der quest teilen das geht ja jetzt auch nur noch wenn du in der nähe bist du musst außer reichweite mittel so geht nicht okay ich mache dann aber währenddessen mal meine quest jemand schurkenquest und dann text du musst es ja sowieso die d4 sprügeln oder genau dann machen wir es doch kurz ich weiß nicht genau welche ecke das war mit mich schon mal doch nix auch mann amita hört uns glaube ich auch im stream ich glaube ich nicht auch auf den discord platz wir haben noch platz in der gilde also wir haben wir machen wir das in leute wir laden jetzt erstmal so viele ein die wir so haben auch die geben die jetzt im stream noch mit dabei sind und wenn wir dann sehen dass irgendwelche leute in aktiv sind dann werden sie langsam stück für stück gekickt oder also wenn die aktiv seit als null probleme ist ja genauso wie bei mini masters aber wenn ihr in aktiv dann seiten nach einer zeit oder so dann wird platz gemacht also rumblei du kannst gerne kommen brauchen die gilde was die wache kommt einer durch versuch mal die wache die unter einladen die will das die will dann die gilde hat mich voll einfach so sieht wie die einfach ignoriert und weitergeht abgehoben auch noch nicht mal elite nur 55 das ist denn das dann unterschreibt die nicht weil ich wollte nur freundin weißt du den weg tatsächlich sollen hier auf welcher umrennen ich weiß nicht mal ob ich glaube ich habe das irgendwie nicht er umgekehrt haben und man übernimmt nicht alles gut mit nur so viel mehr drüber 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 es sei überlebt er überlebt mittel in der durchschnittlich war wir wollen heute geht was können 1 1 1 1 1 1 aus dem nichts sichtbar ich muss meine quest noch mal ganz los lesen suche den dogmeister das ist glaube ich da wo wir letztes mal die uns auf die fresse bekommen haben oder kann das sein dieser schwere meister der dogmeister also das ist ja am dock da muss ich die defias killen da war doch diese schwere das ist glaube ich da ich habe schon dass ich habe mir da bin ich gerade vorbeigelaufen ich weiß gar nicht wo das ist schick mir mal eine einladung ach so ein gold einladung unterschrift und so ein gold ihr müsst gold geben da bin ich ich bin's origami ja kannst du mir mal den weg zeigen ja hier drüben das ist ein regengott wer hat sich denn so ein scheiß ausgelernt kommt ja nur vom benni oder vom gnome gibt ja keine andere mehr alles dahinten kommen einfach alles übern haufen los das ist ein bisschen viel das ist egal machen wir schauen wir haben drei priester dabei wir müssen unbedingt mal dings machen das das war ein weiterer gegründet wird 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 man aber das hat mich schon gemacht ja das tut es das ist so ist der bluten noch mal wieder ganz normal Prozent Nummer einstellen wird das normal machen auch bei Gruppe oder was das ist meine Arbeit aber aber er kann mit dem Blut und er ist das ist komplett wahr am link der Welt ne dann wird der dann wird der eigentlich auch geschehen ja, man dann... äh, Kuh-Shoot hier der Kuh-Shoot so das ist jetzt noch ruhig bisschen den Wolf zu looten ja merci wie komm ich in den Layer das ist eine gute Frage das kann ich dir echt nicht beantworten oh, da ist einer wie kommt man in den Layer? hat die jemand ne Ahnung? nur wenn du in der Gruppe bist und ja, nur in der Gruppe, oder? ja, ich glaub schon das war übrigens nicht das mit dem Dock hier, ne das war nicht da, wo wir gewesen sind ach du musst du den Dock mhm, das ist ein Bootsteg unten an diesem dicken Fluss ja, und immerwald ja, wo waren das? ja, wo waren das? äh, es gibt ja noch hier unten ähm, bei äh 48, 87 hat einer Koordinatensystem? ja, ich ich weiß, wo du meinst, da unten an den Feldern ich war da eben schon, da kannst du was abgeben diesen Trank, den du dabei hast, diesen Wennig-Trank genau, und äh, darunter ist halt auch noch so ne kleine Gruppe D4s und äh, wie das sieht auch aus wie ein Dock, wenn ihr das meint ja, da unten ist der ja, da unten ist der Dock der Dock der Dock hey Dock da ist der Dock hast du da ne Zeitmaschine dabei? ich fäng mich zurück ich fäng mich zurück mir lohne gute Nacht boah, mein Rücken tut weh, Mann aber wo was dagegen? warte, ich glaub, ich glaub brauch dir meine Hilfe da, weil sonst würde ich mir kurz was zu helfen machen in der Zwischenzeit ja, kann ich helfen ja, du musst den das ist doch nicht so schwierig, oder? keine Ahnung, ich glaub, der war mit ich hab überlegt, ob ich mir jetzt noch mal ein Fleischbrat ich hab halt ein paar Wölfe, die mir am Arsch geben abends um halb zwölf hm? abends um halb zwölf im Fleischbraten halb elf ja, um halb zwölf ich weiß, aber ich bin in Schottland, ich hab halb elf ach so, okay, gut warte mal, Hallöchen aber kannst du nicht wissen ja, eben aber ja, deswegen das können wir nicht nur für das jetzt noch machen weil es wird halt es ist halt schon einen Tag über äh, mindeste Halbbarkeitsdatum deswegen würde ich sagen, ich wollte machen und nicht wegschweißen na, dann mach guten Abend ja, dann mach ja, dann folgt mir natürlich ich lass mich gar nicht also ich setz mich jetzt hier hin und ihr macht dort, ne? lass dich nicht von Hocker fressen willst du nicht folgen? kommst du mit? kommst du, kommst du, kommst du ja, natürlich ja, warte ich, Folge äh, follow da, so ich folge ich werde eigentlich lieber dem Priester wäre besser folgen der steht da wenigstens so ein bisschen im abseits oh, da liegen tote Wölfe ich folge, ich folge Priester das ist das böse Gebiet warte mal kurz warte mal eine Sekunde, Leute eine Sekunde ob ich das schon kann? ich folge dir einfach egal mega gefährliches Gebiet da drüben ich blieb mich kurz ne, kannst du gar nicht versuch ich mal vielleicht kannst du ja trotzdem das war schon rot angezeigt bei dir fuck, 100 brauche ich dafür was habe ich denn? scheiße also die Seite, man sieht, dass der Wolf Totenkopf hat ich weiß nicht mal, was es für ein Level hat also don't touch 20 Level über dir 20? ich glaube schon, ja ok 11 Level sind es oder 10 Level sind es echt? so wenig nur? ich glaube nicht ich meine, es wäre wirklich höher, oder? mindestens ja, eigentlich das Gebiet das übernächste Gebiet ja jetzt nach West äh, nach ja, Westfall ja, ich habe hier nach Westfall ich habe hier eine Quest, Leute ja ja ja, hier hier in dem Haus hier ist das Devia-Gebäude, glaube ich also ich habe oh Mist ich habe hier irgendwas zum ähm ähm Freunde wer war nicht? schönen guten Tag man sieht sich achso, du musst bei den, glaube ich, Taschendiebstahl machen ähm ähm ja, das kann sein hattet ihr die ich habe hier gerade eine Quest abgegeben ich glaube die Quest war aber eine normale Standard-Quest äh, die Zuflucht oder die Flucht ne, warte, wie hieß es? die, die Flucht habe ich gerade abgegeben habt ihr die nicht gehabt? ne ok ich habe aber alles geteilt die ganze Zeit aber dann habe ich alle Kopfstücher na, ich brauche noch ein paar von Dogmeister ja, ich muss Taschendiebstahl machen ich muss nämlich nehmen die irgendeine Karte äh die Stibitzen dann mach das doch mal, wenn du da ne, erstmal Kiste aufmachen da hinten erstmal Kiste aufmachen wofür die jemand anders aufmacht der Geil schon auf die Kiste glaub's nicht, ey ja, wenn ihr aber das alles nur voller Getränke könnt ihr könnt ihr gerne haben also es ist ich teile doch ich bin noch ein ganz lieber warte warte gib das mal den Methoden, falls er wann mal Heilung braucht so Dex, ähm mach dir schon mal an Kopf, wie du an Pflanzen kommst so, kund, ich hab die Quest ist schon fertig, ne? ich hab die jetzt nicht gekehlt wir können ja mal trotzdem killen das Level 10er kriegen mal ein paar Punkte ok, ok du hast mir nicht Pflanzen für deine Gifte was Pflanzen für? Gifte die auf der Waffe muss ah, ok also dafür haben wir ja den Erik der macht doch Pflanzen runter ich auch ich auch ah, du auch haben wir es gerade gegenseitig behalten ja da liegen sie die große ja, super da können sie sich wieder wir hatten mir eine wir hatten mir meine Waffe geglaubt ja, wir haben wir geglaubt ja, wir haben mich ja, mich kriegt die die andere nervig ja, sauber beim Essen kochen Level 11 gewonnen Junge, erstmal Level ab zu kommen Junge, geil beim Essen kochen? wir kämpfen und machen Essen das ist ja nicht das das ist der richtige Zwerg genau, so muss doch sein bestimmt schon Stinkekäse oder was aber ich habe wenigstens was getan ich stand hier rum ja, wir können immer langsam gehen sonst kommen die wieder und immer wieder und immer wieder ja, tatsächlich brauche ich noch zwei Kopfbücher ach, das wusste ich jetzt nicht so das wäre echt praktisch wenn wir noch einen Moment hier bleiben oder halt weiter gehen oder wir gehen weiter wieder zurück da war ja auch du hast da hinten auch welche bekommen? ja, ja also überall bei jeden der DPR-Spots hier ähm gibt es auch also, du weißt das jetzt wieder da das könnte ich auch welche sein das Gefühl, dass wir der dass wir der einen den 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 ja, wir stören ja der ist auch ein Schurker der macht sich doch gerade nö, wir können ja nicht wenn er wenn er die Quest machen hätte müssen dann hätte es jetzt gerade machen können hat er aber nicht gemacht der hat nur ausgenockt den Typen ja, weil wir auch direkt auf sie gegangen sind nö, der hat den selber gemacht also wir können ja gehen ach, und immer keine Ahnung ich weiß nicht was sie macht wahrscheinlich wollte sie sich auch nur einfach schnell ich trinke kurz was mach ein Kopftuch hoch verdammtes Kopf ja das ist doch super könnte man denn als Zielschritt machen oder? so ist man auch eine instanz wie sind die gestorben habt ihr von hier das war ich okay vorher stelle super ihr arbeitet ich koche nicht im feuer stehen wieso ich dir kann ich im feuer mein bad habe die fleisch zum 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 abdingsen die unterschreiben wenn du brauchst nicht geben okay ein metal ist immer pflicht in der gilde der eine macht brot der andere oder oder beerdigungen jetzt folge ich den mittel und der folge mittel folgt bestimmt mir toll stehen wir rum ich folge dir jetzt weil ich jetzt nicht gefolgt bin weil er mir gefolgt ist ich stehe hier im wald was ist denn hier los ich folge dantex der erik folgt dem ja auch ähm hier metal arbeiter mal hier macht du mal was für deinen für deinen beruf mein Gott das muss ich dir immer sagen was ist denn hier los ich würde schon immer mal so ein train an an spielern hinter mir herziehen dann muss Dax aber wieder mir folgen dann sieht lustiger aus alle folgen einem und die anderen folgen wir den gleichen aber du dantex du musst glaube ich noch was tun ne du musst glaube ich noch zwei einen ein kopftuch bei einer wo wo waren die jetzt wir waren doch irgendwie am strand oder nicht ähm tatsächlich auch nicht der gerade hin wir sind jetzt hier unten am berg soll gleich welche sein ihr seid jetzt erfolgen ne die sind zu zu weit weg also ich kann dir sagen wenn du alleine questest dann überholst du uns auf jeden Fall also die Svenja die ist gestern online oh warte stehen bleiben alle stehen bleiben nein der hat's geht nicht gelootet Hass auf dich Typ so ähm Svenja ist gestern online gekommen ich hab ihr gesagt mach mal hier und mach mal da und da hat sie direkt mal du hast glaube ich zwei Charakter jetzt ne auf auf ähm Dragon's Call und auf diesem ja komischen Namens Server Dings ja da kann ich was looten da kann ich was looten da kann ich was looten hau den hau den Hasen das ist gefährlich auf Hasen müsst ihr aufpassen die können sie mutieren und so ja ja das gefällt gar nicht wenn ich mal auflaufen aber am schlimmsten sind die Hühner die ich bin ich für sie gar nicht gelöst hier die ganz viel rum und keiner looten den Scheiß von dumm der Hacke sei noch froh nein wenn nicht looten heißt wenn die nicht gelootet werden kann ich dir nicht ach so ja das war schon gut ich bin müde einfach den gering hat keiner macht was ach so ich kann den looten das kommt jetzt auch noch ähm wir sind auf oh Gott Transcendence Transcendence ich wollte gerade sagen Sven jetzt die einzige die den Namen aussprechen kann Transcendence das hört sich doch mal nach dem Server an und nicht Transcendence oder 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 vielleicht vielleicht da stehen wir hier wieder rum da sind wir wieder alle wir müssen doch auch die quest von dann tics machen ich merk das schon so so ist es übrigens so gefällt mir ww ich mag es echt nicht dieses ist ultra ultra level das mag ich überhaupt nicht eine woche also ich verstehe das ich verstehe das schon dass man dass man das wer fragt das wenn es ein twink ist dann verstehe ich das schon du hast du hast den ersten ehring an den zaun gehauen dann text aufpassen der folgt ja noch der arme folge in den zaun gelaufen ne kollegen also wenn es ein dring ist dann verstehe ich das wenn dann gesagt wird ich will ihn jetzt schnell hoch bekommen weil wir brauchen vielleicht für die gilde zum zum helfen oder so was aber sonst nichts als erstcharakter noch mal oder jetzt ich möchte das jetzt richtig genießen so kann ich nicht heute die zwei hier ich meine jetzt die zwei menschen hier komisch dass man keine menschen halten kann ich bin jetzt wir wollten doch eigentlich zu den devias oder ist das hier auch die idee wir sind auch wir sind auch hier ja da ist einer ja da hatte kein stabber Oh ne, ey, hör mal, schau mal aus, mein Schatz. Wer schießt denn da? Ich kann nur mal schnell gucken, hier, falls eine Kiste drin ist. Hast du's? Ich bin vollständig. Wieso warst du eben nicht vollständig? Was, was die Haare fehlt, stimmt ja. Ja, ja, das sind die Haare. So, ich muss jetzt noch einmal in dieses Holzfällerlager. Baum? Liegen Baum? Die Quest abzugeben. Mach du, wir folgen dir. Dann Richtung Hogger oder was? Ja. Ich hab die Quest für Hogger noch gar nicht, verdammt. Was, Hogger, die Quest hast du nicht, Hogger nicht? Ne, noch nicht. Das krieg' man erst am Posten, erst. Ja, das ist so ein Steckgriff. Ja, ich war das schon, aber ich hab's nicht, genau, ich war das schon, aber ich hab's jetzt ein Steckgriff verpasst. Bin blind manchmal. Ja, Steckgriff krieg's ja irgendwo nach vorne. Erst mehr westlich. Krillian schreibt gerade, er wusste gerade nicht, dass man ja auch ein Abo für Classic braucht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst nur ein normales Abo. Das normale Abo. Das normale Abo hast, kannst du auch Classic spielen. Musst es dann eben nur, ähm, wie war das nochmal? Aktiviert, ne? Oder so irgendwie. Du musst ja auf dem Launcher, kannst ja auf Classic klicken und dann kannst du ja auf Classic spielen. Du musst es einmal runterladen. Das ist ein extra klein. Genau. Und auch runterladen. Aber was ich aber nicht in Ordnung fand, okay, ja, weil das jetzt gekoppelt ist mit dem einen Abo, dem normalen Standard-WOW und dem Classic. Ich hätte es gerne gehabt, dass Classic gleich ein spezielles Abo wäre, was natürlich wieder doof ist für die Leute, die abonniert schon sind, aber weniger. Jetzt, warum denn nicht schon wieder 12,99 Euro? Warum hast du nicht für Classic, keine Ahnung, 5,99 Euro? Ja. Die Hälfte oder so. Weniger. Warum so teuer? Finde ich blöd. Ja. Naja, wir hoffen, dass wir wenigstens trotzdem noch ein bisschen Content bringen, ne? Aber so als Geschenk für die ganzen W.O.B. auch mal hier am Schrott verkaufen. Ich suche dir, was bestimmt ist. So war es jetzt der Plan hier? Hatten wir jemals einen, bist du dir sicher? Hm? Bist du sicher, dass wir jemals einen hatten? Hm, hm. Siehst du? Hier gibt es einen zweihändigen Streitkolben. Brauche ich nicht. So für 14. Brauche ich nicht. Für mich interessiert nur die Ein-Hand-Extra. Ist ein interessanter für mich. Ja. Ähm, 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 schwere Rüstung, habe ich Hose 73. 73? Ich muss gerade mal gucken. Meine war 91 oder so. Ach, stimmt, glaube ich, von dir die bessere, ne? Genau. Ja, passt. Ja, genau. Nee, kannst du verkaufen. Echsen. Schwerter trägst du keine oder willst du nur Ächsen rumlaufen? Nur Ächsen. Nur Ächsen. Okay, prächtiger Zwerg. Vernünftig gemacht. Ich habe es wieder im Rücken, ja, Fusi. Ich habe es immer mit dem Rücken, wenn ich hier die ganze Zeit sitze. Das ist so ätzend. Schönen Tag auf. Das kommt aber auch mit dazu, weil ich, äh, die Klimaanlage anhabe. Weil es ja so ungefähr 67 Milliarden Grad draußen sind und das, du kannst es hier sonst nicht aushalten. Ich folge dir, Alex, ähm, Richtung Westen. Okay. Folgen wir schon, es fangen ja schon alle mir hier jetzt hier. Aber so mag ich das nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen wirklich Westen fahren? Ja. In Richtung Westen verloren. Ach, wie die Hocker müssen wir jetzt? Ja, Hocker. Ah, okay, Hocker. Ja, der kommt auf der linken Seite, ne? Kurz vor der Balken. Ja, danach müssen wir eh nach Westen fallen. Ja, genau. Warten wir uns kurz. Es geht, ich muss mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz einen Marko erstellen. Äh, neu, das Witz. Neu. Was denn? Nix. Okay, jetzt können wir wieder laufen. Tschüss. Ich folge dem, warte mal. Ich folge dem. Und wie alle anderen folgen. Metal folgt mir? Mist, Mistra folgt, alle folgen mir, wir folgen dem einfach. Ich mach mal ein paar Witze. Ich würde gern meinen Jungs in Gnome Regan was zurufen. Lasst euch nicht unterkriegen, ihr kurzen und Lücken. Ihr seid klein, aber ihr seid gut drauf. Wer macht denn den Lock? Ich glaube, ich glaube, dass Jungs den smaragdgrünen Traum nutzen, damit sie mich nicht zurückrufen müssen. Kann man hier mal lesen, wie die Hilde hier heißt. Honos, äh, kut, ominis. Weiß ich nicht. Ehre des Homo sapiens. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. In diesen Spiegeln, die alles vergrößern, seh ich größer aus. Das war ein schlauer Witz. Wow. Der kann aber nur von einem Gnome kommen. Oh, ich bin ein bisschen mehr Elf gekommen. Aber natürlich auch nicht weniger. Ui, der war flach. Hatte das Mn noch gehört? Ui, der war flach. Tja. Oh, ich tanze wieder. Ich hoffe, all eure Freunde genießen die Show. Boah. Die Elfen haben die schlechtesten Witze. Ja. Da kommt nichts Witziges bei Rom. Aber das finde ich aber ganz gut, weil die Elfen ja nicht bekannt sind für Witze. Ich hätte so gern einen Garten, in dem ich ein paar Menschen stattdessen aufdellte. Wir questen Stormwind, aber wir haben nicht einen Menschen dabei, ne? Ja. Ja. Und ich bin komplett von ganz woanders. Hä? Mechel, das sieht aus, als würdest du in die Hand klatschen die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht. So, mit der Axt auf das Schild klopfen. Sie muss sich auch. Was ich von hier tun, ist von dauerlich. Mir schwebte mal ein Gerät vor, in das man Brotscheiben zum Rösten steckt. Aber dann dachte ich mir, dass es für Supers bestimmt keinen Markt gibt. Wisst ihr, nachts muss ich in Bewegung bleiben, oder ich werde unsichtbar. Ich hätte so gern einen Garten, in dem ich ein paar Menschenstatuen aufstellen kann. Folge keinem Zwerg. Warte, ich geh mal ganz los, auch mal ganz los, für mich mal schnell in der... Oh Mann, ja, die folgen mir ja alle, oh mein Gott. Egal, ich krieg euch noch ins Haus, bis oben in die erste Etage, ohne dass ihr hängen bleibt. Oh Gott, Gott, Gott. Wo ist denn Dantex? Ah, der ist da, ne? Ich bin da, bleib einfach draußen stehen und warte. Ich finde das jetzt lustig. Ich kann das. Oha, das ist wie Rückwärts einparken, ne? Kann ich euch helfen? Der Trick ist, erst ins Haus bringen, ja? Bleibt wohl. Und dann einfach flüchten. Boah. Okay, wir können weiterlaufen. Ich habe sie abgehängt oder abgehangen? Was sagt man eigentlich? Abgehängt. Abgehängt? Ja. Abgehangen? Ja, abgehängt. Ich habe einen abgeseilt gerade, wir können gehen. Ja. Ich bin gerade noch mal mit dem Schmied. Ich suche noch etwas, was ist das? Nee, Dantex, ich folge, du bist gerade am Essen, Dantex, kann das sein? Höflich. Achso, okay, ich folge jetzt den Dantex. Ich habe ja schon zu viel getan. Hallo, ich bin die ganze Zeit dem Metal gefolgt, das war jetzt anstrengend genug. Jetzt ist mein Dantex dran. Okay, Nass. Du hast Erfolg gesehen, hä? Oh, ich komme gleich wieder. Flop. Metal-Bike, was ist denn? Oh, mein Ernst? Ernst? Ich fand das mal lustig. Voll, wenn du in der Luft hängen bleibst, wenn es aufgebaut wird. Ich sah viel raus. Geil. Oh, jetzt ist er weg. Ich schwebe. Ich schwebe. Ich bin weg. Ich folge dem Erik. Man sieht der Dantex aus. Ich habe gestern, wem habe ich das erzählt gehabt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gestern einem, ich glaube, Metal, die habe ich das erzählt. Ich habe gestern einem Allianz-Streamer, einen größeren Streamer, ich glaube, der hat, glaube ich, eine Million Abonnenten oder sowas, über die Schulter geguckt, als er war zugeguckt, was er da so macht. Und da war er gerade dabei, mit seiner Gilde, die waren so alle Level 35 oder sowas, in so einem Dreh, zu raiden. Die sind rüber nach Weißer Geier, wo die hingefahren sind. Bitte? Das hast du mir gerade schon erzählt. Die haben gegen Wondler und zum Raiden bei... Ja, Monika, danke schön. Sechs Monate. Viel Spaß mit der 23. Guten Abend. Also, die haben versucht, ich weiß aber leider, dass das Gebiet nicht, wo die raiden wollten. Aber egal, die sind dann durch das Schlingdauental durch und haben alles niedergemetzelt, sind dann mit dem Schiff rüber zur Horde. Und dann war es ganz lustig. Der ist ein Streamer. Ein großer Streamer. Kein kleiner Streamer. Und dann weiß doch die halbe Welt, dass der jetzt da rüberkommt. Und die springen, also die kommen mit dem Boot auf der anderen Seite an, bei der Hordenseite. Auf einmal... Auf einmal ist da... Du wartest da ganz, ganz Ochrima auf denen. Das war so heftig. Genau. Alles voller Hordler. Und die haben den so weggebrecht. Keine fünf Minuten waren sie alle tot. Ja. Ich hab den Hasen verfehlt. Oh mein Gott. Genau, jetzt müssen wir hier die Armbinden sammeln. Was kann ich für euch tun? Also, Hocker, bloß. Ziehe den Ehren und dann Ropsen. Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. Ehre dem König, Freund. Lass mich nicht alleine. Ich bin ein Gnom und bin so klein. Ich wusste, dass die lachen. Hier ist auch der Zauber-Turm von irgendeinem Dings, ne? Hier gab es auch eine Quest nachher für, glaube ich, für die Magier, oder? Oder die Hexen, weißt du? Ich glaube, Magier. Magier was? Magier. Nee, der war auf der anderen Seite. Wirklich, heute kein Murmeln, ne? Der war auf der anderen Seite. Der war auf der anderen Seite der Map, ja. Der Magier-Turm. Turm von Astora, der ist da, wo dieser Typ, also der ist kurz vor diesem Bus, dieser Brücke mit dem Typen vorne dran. Ah, okay. Weil, äh, ich hab, äh, in meiner, in meiner WoW-Suchtzeit hab ich sogar WoW-Bücher gelesen. Oha. Mhm. Wollt ihr die immer lesen? Ich hab's irgendwie nie getan, keine Ahnung warum. Nee, ich hab die Bücher, die sind halt so schlecht. Das war eine Elite-Hogger. Kannst du, kannst du echt empfehlen? Die sind echt gut. Erst recht, wenn du natürlich die Welt kennst, dann ist das alles sowieso nicht spaßiger. Wie viele Quests habt ihr jetzt? Äh, zwei, vier. Vier hast du? Zwei. Ja, ich mein insgesamt. Dann stellen wir uns mal ganz kurz zusammen und dann teilen wir eben alles, was wir so haben. Ich hab nämlich ne Elite-Quest, ich glaub, die habt ihr nicht. Oh, nee. Wer hat das denn grad geteilt? Der bescheidener Anfang. Wo seid ihr denn? Ein bescheidener Anfang. Warte mal. Ja, ja, das ist ja jetzt Westfold-Quest, was du beteilt hast. Ja. Haut sie alle an, haut sie alle an. Ah, ich soll wenn du an den Quests. Ich hasse das, wenn die Mobs weglaufen. Ich hasse das. Dann laufen sie in den nächsten Mobs rein und dann bringen sie wieder mehr mit. Ja. Ähm, warten wir was der, äh, äh... Was ist denn das jetzt hier, Mann? Dann, äh... Hogar ist das. Einfach Hogar und einmal, äh, die, äh, Bänder von den Sammeln, von den Neuen. Ich hab die, glaub ich, nicht. Hey, du hast die. Nein, ich glaub nicht. Locker. Klar. Ich teile mal. Ich teile einfach, einfach gerade alles. Hab die schon gemacht. Du hast die schon gemacht? Ja. Ja, du bist ja High-Leveler. Ja, das ist ja einfach wie ihr. Okay, ich hab jetzt alles geteilt, aber ihr habt alle, äh, alle, alle, alle Quests. Wir sind... Wie heißt die denn? Wie sie gerade heiß, weiß ich gerade gar nicht. Hogar heißt die eine und die andere, wir mal gucken, wie die heißt, die heißt... Ja, Hogar ist ja diese Elite-Quest, da müssen wir ja diesen großen töten. Und der andere ist... Ah, hier oben. Äh, Kopfgeld für die Fluss... Riverpaw-Dingster. Weiß ich gar nicht, was Knoll-Armband. Ja, okay. Ja, die sind da ringsrum um Hogar. Ja, wo tausend Leute da looten. Und... Nach sie. Das ist eine berechtigte Frage, Riverpaw-Dingster. Sehr schön, das ist gemacht. Kuckst du dir an. Möchte ich gerne Heilerin zuschlagen? Möchte ich. Okay. Beleidige nie den Heiler. Ach ja, wir haben ja mehr Gruppen-Looten drin. Dreh nicht. Das... Beleidige nie den Heiler. Das wird sie dir in der nächsten Instanz wieder heimzahlen. Dann texte, bleib mal bei uns, wenn du kids, weil sonst... Oder sag uns, wo du die kids... Ah, warte, der ist ja da. Wer fehlt denn gerade? Ex. Ich koche. Komm. So. Aber ich bin noch in der Nähe, also... Heißt... Nur damit wer so suchen kann, wer looten kann. Ah, nein, 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 nein. Aber ich hab's noch geschno... Ich hab ihn nicht verbekommen, weil ich ihn nur mit diesem Dings geholt habe. Kann ich wieder nicht looten? Müssten wir einfach nur gucken, wo was leuchtet am Ende. Wir sind eigentlich schon noch alles schön... ...schön zusammen. Ja. Was schön mit der Regen... Oh! In der Böse-Ware. Ja, das ist Windy. Ja, der ist bei mir vorbeigelaufen. Ja, der Mage. Ach, Mann. Kommt der sowieso und dauernd wieder. Unser erster Leader, ist das nicht schön? Da liegt er. Da liegt er. Wo sind hier Gegners? Auf 300 Metern. Komm ran, Junge. Komm ran auf den Meter hier. Kennst du das Lied? Äh, ich glaub nicht. Es gibt wirklich ein Lied. Wo sind die Gegner? Auf 300 Metern. Ach, Mann. Das heißt 100 Metern. 100 Metern, nicht 300 Metern. Äh, irgendwas mit Metern. Jawohl. Oh, mein Gott, durch den Wald gepult. Auf 100 Metern. So. Und wieder nicht. Aber diese Lieder kenne ich eigentlich so gesehen nur, weil, äh, weil ich es dreime. Und hinter dir. Attacke. Und dann noch ein Geboot. Ja, ich hab schon acht. Mann, Scherz. Ich hab nur drei. Ich wollte nur gucken, was für eine Reaktion kommt. Gar keine. Mann. Ja, ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Geschwindigkeit gemacht wie schnell der ist das Kiste man, Kiste! Wir gucken hier auch alle danach, wir müssen aufpassen hier auf den Elite wenn du Lust hast, der wird wieder wegziehen weil wir müssen eh noch tausend von diesen Anbändern einsammeln ich hab schon drei es regne nicht mehr, nice wir haben, ich hab auch schon erzählt ich sitze da erst mal wenn ihr Fleisch und so, da ist was, da ist was da ist was hä, wieso kann ich nicht werfen? Jeden kann ich looten, da ist auch was drin, sehr schön, noch vier da ist noch einer was mich ja immer so stört als Schurke wenn der Gegner, so ein kleiner dicker Knolle-Wutz hier der mit dem Rücken zu dir steht, ausweicht hallo! Spiel! der steht mit dem Rücken zu mir äh, Sonja, pass mal auf, hier auf den Elite hast du direkt Puls oder so warum denn nicht? weil du am schnellsten probieren kannst ja, aber guck mal, wie viele hier stehen ja, wo ist denn der überhaupt? der spawnt hier, in dem Bereich, wo wir grad stehen ne, der war gerade vorhin da hinten in der Ecke das ist eigentlich random, oder? ja ok aber wenn ich den sehe, dann... ja das ist ein bescheid, das ist auch zu dir oben ja die haben wir gefolgt ah, der wird das, ne ne, wir haben nichts ne, wir kommen jetzt mal mal Platz das ist ein Glück das dauert doch zu lange da sind wir tausend Leute hier schon wieder er steht hier sogar... ach man, die stehen hier zu dritt komm mal zu mir ja, wo sind die anderen jetzt? beide sind sie schön, dass sie das für uns machen, ne? nicht ganz toll tolle Bande hier die Gummibären Bande ich hab 5 jetzt ich auch da ist noch einer das sind ganz viele mir verfehlt ja hast du ihn gefolgt? nice cool sauber ich hab das gar nicht bekommen da lag ich plötzlich auch nicht was für ein epischer epischer Fight Hauptsache dabei wieder so, ne? so, mir fehlen noch 2 von diesen Bändern mir fehlen noch 2 von mir fehlen noch 2 das sieht doch gut aus was versuch der denn da? guck mal wie das aussieht der sieht so aus ob der das Messer als ob der dann das das zelt zerschneiden möchte sieht ganz komisch aus wie das Messer hält weh schon, ne? ich mach das zelt kaputt aus Wut da ist einer da war er dafür liebe ich ja die Fähigkeit hier vom Dudu dieser weiß nicht wer ist dieser 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 Moonbeam das ist der Mondfeuer ja das ist super boof auf Instant Schaden Moonfire die mit dem wissen verrußungs äh skitz skitz sets äh kitz haben äh was ist eine Antwort? rüstungsets hallo ich hab nichts anderes nur rüstungsets die die ich schon mal gegeben habe ach so ha haust du mal auf den fetzen die du hast 5 war doch marktanzahl jahre muss einfach schreiben schreibt doch die wahrheit wir sind menschenscheu wir mögen keine fremdlinge ich brauche noch einmal ich habe ihn nur mit seinem bär angreift man das war ja einer ich habe das wäre ein jahr von uns wird immer noch ein band mit um geht eigentlich doch schnell muss ich sagen ich kann mich noch erinnern dass wir hier länger gearbeitet haben wenn leder abendringen 20 rüstung alles gut nacht doch die mann ich brauche noch vier stück ja ich brauche ein poli hier passiert was ist wenn er überhaupt ich habe hier rum und volle so ein weil ich wollte den meisten das einfach von der nase weg das ist voll böse wenn die aber genauso machen und da ist mir egal ich hab den mit dem elfen hier ich stehe mir sowas ein bärkehl ich brauche leder er meint nö hier liegt doch ein toter bär wieso nicht der bär tankt so viel weg da ist der bär balu wie auch sonst oder späscher hat sich wirklich hier über den chat erinnert das gelaufen ist so stumm ja ist es ja auch ist es ist aber standard ja aber es ist stumm hat er doch recht hat er zwischendrin bei springen jetzt ist er hüppiger die ganze zeit oh da kann ich zwei looten ich bin fertig ich habe alle oder heute habe ich nicht ich bin immer noch eins die todesanimation ist so krass das ist ja knirsch ey das ist ja wer ist das? wo ist das? wo ist das? der 6 flirrt ist gerade mit dem das ist ja geil Da ist eine Wette auf dem sich und ungepflegt Bring Arbeit mit Der stellt sich aber echt was an hier Und ich kann keine einzige davon looten Achso ich gehe mal looten, das habt ihr gut gemacht Also ich bin hier am handeln Ich habe mir gerade 20 Wasser Dantec soll es was haben Von den Mages aus? Ja von den Mages Oder frag du ihn einfach oder soll ich dir was traden? Ich kann auch was traden Ich habe immer noch keinen Dantec ist er muted? Ja gemutet ja Ich habe noch 20 Ah ok 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 Einfach gejoinkt Junge Erstmal angeschrieben Gib mir mal ein bisschen Wasser Ich brauche doch jetzt meine Ja was anderes sind doch die Magier in dem Levelbereich nicht Ja wir sind doch von Lieberant Na Spender Oh wait Oh Meins nein meins Das ist Leder Das ist Leder Brauch's dem Mit mir ich brauche das Ding Wer hat's bekommen Haha 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 Nein Passe Ich Ich passe Monkey Da meins Oh Überfall Gehört hier irgendeiner von denen ums? Ja Ja Ah da 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 Komm Ach man Dantec hier Mach Ich will Platz haben Htl Ja Dex Was? Absolut Danke Wollt hat er den Bär getötet? Hat Dex geschafft es den Bär zu töten? Nein Schade Ich bin immer lustig mit den Leuten zu schreiben Erst recht wenn du so in Gespräche kommst die dann irgendwann komplett komplett sinnlos sind Aber das sind ja immer die Besten Hier ist eine Blume Hier ist eine Blume Wer will die Blume Wer will die Blume Wer will die Blume Medley zu Volume Nein hier ist es Der Elf auch noch mit dem Bär Der Elf auch mit dem Bär Der Elf auch mit dem Bär Oh mein Gott Ja Ich dachte du warst Schneiderei Dings So ich bin fertig mit meinen Bändern Schneiderei und Kräuter So Ich bin fertig mit meinen Bändern Habt ihr gut gemacht Was macht denn jetzt noch was? Ach Ja Drei Immer noch Guck ich helfe euch jetzt mal Ach echt danke Okay Dex Ich helfe euch Ich gehe mal aus der Range Ich schlafe dir mal ganz gut hinterher 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 Das ist safe besser als mein Schild Ja Es hat 339 Ja okay Das hat ich dir auch ge-tradet Ja 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 Oh ist da eine Kiste hier ist eine kiste hier ist eine kiste die man aufmachen kann hier weg feuer heute schon auf schlossnacken glitschiger fisch du blöde scheiß kiste wenn wir später pvp machen müssen wir auch wir werden tränke der ring als schurke sehr wichtig rajo gemacht ein langes hogger liegt hier darauf habe ich Bock der arme hogger der tut mir irgendwie voll leid da liegt er der elite hogger der klingel auf den sack fehlt noch ein band und ich finde es einfach nicht hallo sophie hab das ja gar nicht mitbekommen bist du schon was länger da oh gott ww ja ich glaube schon ww und dann lief man den chat dann nicht mehr man 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 durchsucht die was was ja ja nimm das du sofort wieder zurück ich niemals was 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 ist das für ein normaler mob ich bin ja auch gerade angekommen davon auszusehen was was das ist wir haben das ist was das ist was wir haben was was wir haben helft euch mal dem typ den hogger zu können die ganze zeit nach der gruppe also wenn das von das den angreifen dann helfen wir dem einfach der feld die ganze zeit ungewohnt so viele leute da wenn er ja und ich kriegte die mal ja ja habe ich auch geschrieben ich liebe zwergen zwergen mit kanonen fett video mit dem auf dem berg nicht da der ja da an seiner seite vorkommt er verbeugt sich mir fehlt immer noch ein band man kann doch nicht sein da gibt es die gruppe hat jemand 1000 gold für mich da ja auf jeden fall habt ihr jetzt alle bänder schon ich ja nein ich brauche es ist öfters einfach mal rumstehen und nichts tun dann geht das aber ich habe die nämlich mal mit ja die macht auch ein paar punkte er kommt jetzt ziemlich schnell auf jeden Fall auf jeden Fall geht's mit der wo es und 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 Dauber dann Decks, Dauber, alles, noch mehr, was wir hier brauchen. Kämpfen und Chat lesen sind richtig. Es ist halt so, ich bin halt so Anlass hier, ne? Schön, Alex. Ich hab wieder ein Luten, wieder kein Band. Alter, das gibt's nicht. Wir haben schon hier die ganze, wir roten das hier, das ganze Gesocks schon alles aus. So war das heute auch bei mir die ganze Zeit. Bin fertig. Und hier ist sogar noch eine drunter. Oh. Ja. 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 Nein. Ja. Da brauch ich ja wieder. Da ist noch einer. Ja. Nein. Ja. Ja, nein, ja, nein, doch. Doch. Was? Saffi, du darfst das nicht schreiben, dass du wegen mir wieder angefangen hast. Wegen Wesen spielen. Das geht nicht. Jetzt darfst du mir sowas schreiben. Nachher krieg ich Ärger von deinem Freund oder von irgendwem. Du denkst nicht schuldig. Ehe. Ich kann nicht den Wesen werden. Das ist ein Wesen. Das ist ein Wesen. Das schlatschweinig. Was für ein Spi... Äh... Oh Gott. Schattenwort. Schattenwort Schmerz. Schattenwort Schmerz. Also normalerweise wären wir jetzt nicht tierwürdig mit Gedankenschlag. Schattenwort Schmerz. Ja, okay, okay. Dann Schattenwort Schmerz. Dann Schild. Dann Pein. Wo will er denn hin? Richtig, mit Tab kann man die besser anvisieren. Ähm... Muss ich ganz ehrlich sagen, da... Wenn... Ich hab meine... 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 Tastenbelegung... Belegung... Belegung ein bisschen komisch und deswegen... Oh, hier ist ein Bär zum... Nein! Ich wollte grad sagen, der häute den jetzt. So, wer braucht denn alles noch Bänder? Metal Fick, glaub ich, noch eins. Fertig. Okay. Fertig. Finally... Dann rennen wir da hoch. Ich weiß, Fendi, bei mir machst du grad die Tee-Pose, ne? Hm? Äh... Schwebst du praktisch mit mir Tee-Pose? Hallo Shadow. Ähm... Im Moment gibt's das alte Classic wieder. Das ganz alte. Wer bei mir? Bitte? Willst du ein Bär-Typ? Ja, alles weg, alles drauf. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Direkt neben dir. Ja, mach mal, mach mal platt. Also wie gesagt, das alte Classic. Das ganz normale, wo auf die Leute immer nachgeschrien haben, dass es wieder zurückkommen sollte. Und das ist jetzt im Moment... Ey, das ist meins. Das wir haben. Gib mir nur das Ledermann! Nein! Ich hab' den jetzt genommen. Ich glaub' ich hab' den gar nicht genommen. Ne, ich kann nicht looten. Ey, du hast hier genommen. Statt Bedarf. Das war gar nicht hier, das war ein Glücker. Shit. Ja, irgendjemand hat den ja jetzt genommen. Egal. 6,5 Minuten. Der ist ja eh besser für Mette. Oh, Leute. Ich verabschreue mich mal. Ich bin super müde mittlerweile. WoW macht müde, ne? Ach, generell. Ich bin seit 5 Uhr wach und so. Seit gegrüßt. Ich bin so ein Paar heute. Oh, ne Stoffhose. Ich bin ja richtig begeistert. Ja, ja. Viel Spaß, doch. Also, man hört sich. Ja, tschüss. Ciao, tschau. Tschüss. Kann man nicht noch irgendwas abgeben hier? Ja, ich muss auch bei Goldhain abgeben. So. Wo müssen wir da hin? Da müssen wir noch was zahlen. Ne, nach links. Ach, Mann. Ganz den Weg wieder hoch. Ja, gar keinen Bock. Deswegen muss man dem Dantes hinterher. Der kann das. Ich muss mich auch schlafen, Alter. Ich finde es immer so anstrengend, bei WoW zu laufen. Weil man, also man kann wenigstens irgendwo hinterherlaufen, aber die Strecken sind ja wirklich, wirklich, wirklich lang. Ja. Oh Gott, wie läuft Dantes. Auch Dantes. 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 Dom folgt mir einfach. Dantes. Ach, ist alles gut. Ich schwimme nur gerade vom Stream abgelenkt. Ach so. Aber wie gesagt, ich muss euch auch schlafen morgen 24 Stunden streamen. 24 Stunden A? WoW oder was? Ja. Wow. Mein Beileid. Ja. Ach, das ist, ich glaube irgendwann, irgendwann geht es jetzt so sehr auf und sagt, dass sie nicht mehr auf und sagt, dass du meine Taktik. Das ist heftig. 24 Stunden, das ist richtig heftig. Ja, ich habe ja schon ein gemacht damals mit Fortnite. Also da fand ich 24 Stunden Fortnite viel anstrengender als WoW. Ja, WoW hast du eigentlich immer noch anstrengend? Ja, WoW hast du eigentlich immer noch anstrengend? Ja, aber bei Fortnite musst du dich viel mehr anstrengend, jedes Game. Ja, aber du hast auch bei WoW auch viel mehr zu sehen, viel viel mehr zu tun. Ja. Deswegen ist es auch viel entspannter. Aber du bist natürlich bei Fortnite hast du ja mehr Adrenalit, wenn es dann um einen PvP-Kampf geht, eins gegen eins irgendwie. Dann bist du dann automatisch wach. Ja, gut. Am Ende bin ich auch was eingeschlafen, da hat mich bitte angerufen, obwohl ich mir was zu essen gemacht habe. Ja. Ja. Also, ne, da hat sich so Gedanken gemacht, so ey, der Schrefft doch was, das stimmt ein. Und da hab ich selber nicht angerufen. Da hast du mich einfach angerufen und ich so, ja, ich mach mir nur was zu essen. Achso, okay, okay. Okay, okay. Das war okay, okay. Danke, Safi. Ich wollte es gerade dem Cian schreiben. Wir spielen auf, oh wei, jetzt ist natürlich gerade die Sveni weg. Wie heißt das? Trans-Dens-Dens-Dens-Dens? Trans-Dens. Trans-Dens. Das liegt. Trans-Dens. Ich merke schon. Was hast du denn da? Was hast du denn da? Was hast du denn da? Mann, ich will den Stab nehmen, ich muss den Stab leeren. Ja, aber was nützt dir der Stab mit Beweglichkeit drauf? Auch nicht viel, ich weiß, aber trotzdem. Ich will den Stab haben. Ich nehme den auch. Äh, zurück nach Westphal, ne? Aber am Anfang ist das auch Wurst, was du da drin hast. Wenn du das Richtige bekommst, dann ist es okay. Aber ansonsten ist es auch Wurst, ob du jetzt da Wirklichkeit oder Ausdauer oder Willenskraft drauf hast. Am Anfang ist eigentlich alles besser. So, ich laufe kurz an. Ich muss ein Handy suchen. Wirklich? Ich weiß nicht, wo es hingelegt habe. Ja, lol. Ehre dem König, Freund. Jetzt müssen wir das Schmied. Der Bums. Ähm, Dantex, bist du schon weggelaufen? Äh, nee, ich bin beim Schrotthändler. Okay, ich muss nämlich kurz noch was geben. Sivit, bist du eigentlich noch da? Ja. Oh, du bist so still. Ich hab gedacht, du wirst vielleicht schon eingeschlafen. Ihr Quatsch mir zu viel. Ah, das kann nicht sein. Ich hab viel, viel mehr geschrieben. Deswegen. Das Licht segne euch. Was ist? Wer hat mehr gespielt? Geschrieben, geschrieben. Mein Gott, der Stab bringt sechs. Sie war da. Ich hab ja schon Wurfel, den zu verkaufen. Ja, cool. Danke. Wie verkaufst du den, Dantex? Stab? Nein, also jetzt noch nicht. Nicht was mit Int oder so finde. Ihre ja, so ein bisschen auf den Stab, dann in den Todesminen. Mit einem Ram-Up. Ist richtig gut. Und den behält man auch lange. Okay, ich verkaufe es. Ich muss meine Tasche ein bisschen leer machen, ist echt nur Schrott drin, ne? Also, was macht ihr jetzt? Seit vor sich. Oh, geht es jetzt lang? Na, Westphal? Oder müsst ihr wieder nach Stormwind zurück? Oder? Ich würde sagen, go West. Ich würde auch. Da den Flugpunkt holen. Und dann ab, kurz nochmal nach Stormwind. Lehrer besuchen und so. Das hört sich nach einem vernünftigen. Da bei LRN Sachse. Hat jemand noch Fleisch? Also, bevor ihr Fleisch und sowas verkauft, ihr wisst wohin. An den Händler. Say what? Bist du schon unterwegs, Antics? Ich mache mich jetzt auf den Weg, weil Erik ist schon unterwegs. Achso, bist du auch schon unterwegs? Ich bin gerade, ich habe mir mal gerade das Inventar aufgeräumt. Ich gucke nochmal mal rein. Hättest du so einen blauen Stab? Einen Blutstein-Stab? Einen Blutstein-Stab, genau. Ja, den habe ich gerade bekommen. Ja, der ist gut. Aber kein Rare-Mob ist ein Gold-Mob, also. Oh, ich freue mich schon. Freut mich. Ja, Elite. Ich habe auch Bock, Alter. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, Alter. Oh, oh, Dantex hat das auch gesehen. Nein, Dantex hat das auch gesehen. Was hat der gesehen? Oh, Mann. Das ist Kraut. Ende Blut. Achso, ihr seid ja, okay, ihr seid ja zwei. Kräutis. Erich einfach nicht vorbeigeht, wie geil. Er soll auf dem Detektor gucken, ob ihr irgendwo... Ja, genau. Das war voll eine Intuition. Nein, ihr müsst die Tiere looten. Dann mach mal wieder auf, wie vor Dings aus, äh, an. Ich will voll voll. Das ist mein Gott. Wieder an. Das ist ja. Mal Leder, Leder, Leder. Ich muss den Tieren ans Leder. Den Tieren ans Leder, mein Junge. Ach, Junge, Junge, Junge. Das gibt's ja gar nicht. Aber er kommt denn von da oben reingeschneit, Alter. Ist das der Metal? Ja, klar. Der Metal. Diese Fähigkeit, die habe ich einfach bei Ark immer vermisst. Folgen. Ja, ja, ja. Folgen und automatisch laufen. Schöner Rückenteil für Dexen. Du hast ein Rückenteil für mich? Genau. Ein Rückenteil. Das ist doch... Eigentlich jeder kann das Rückenteil ertragen. Ja, aber das ist eine Beweglichkeit. Ah, okay. Wo hast du das her? Aus Westfall? Irgendwo aus der... Hast du eigentlich die Instanz geschafft? Vorhin nicht, aber gerade. Also, gerade da... Zusatz-Bus. Ich erzähle mal Witz, Santex. Ich glaube, beim letzten Handel bin ich zu kurz gekommen. Also, Santex. Hoh, der ist flach. Oh, Westfall. Und es regnet. Hoffentlich... Ja, danke. Hört's auf. Es regnet nicht. Es regnet nicht. Was gibt's denn hier? Freibier oder was? Warum stehen hier rum? Ja, Quest. Avaliable Quest. Hallo. Hallo. So, jetzt kann ich hier oben auf dem Berghof. Da ist nämlich ein Kraut. Da kann man da hinten auch direkt was abgeben gehen. Auf dann. Meine lieben Freunde. Das Kraut. Wow, 100. Danke, das ist nicht ein 100er. Nee. Du brauchst ja alles vor mir ab. Oha. Jetzt kommt ihr mir so hier. Ich sage, du. Ah, Quatsch. Also, das muss ich mir machen. Hand full of Oats. Das kann doch eigentlich weniger tun, oder? Oats war schon? Ah, okay. Nein. Ich bin Platz 3 im Damage. Oh. Obwohl ich der mit dem geringsten Lippel. Nein, du musst halt die Säcke einsammeln. Quatsch. Was soll ich einsammeln? Die Säcke, die hier oben stehen. Das warst du gerade schon. Oh, diese Sachen hier. Genau. Nee, diese Hefe. Also Hefe oder Hopfen oder weißt du keinem was. Arfa. 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 Aftershock. Ein bisschen Hafer. Irgendwann wird doch verfolgt. Ah, cool. Ja, du. Nachmann, jetzt ist er weg. Oh, ich kriege hier ein richtiges Gutes Leder. Und Wolf auch noch klar hier. Gutes Leder. Oh, da kommt ein Fluchter. Warte, was muss man hier sammeln? Ich raffe halt nicht. Ich liebe diesen Anstieg vom, 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 vom Klima. Keine Ahnung, ich kann hier anmachen. Am Alfa ansummeln muss. Ich bin lost. Oh, Fleisch, Fleisch her damit, wenn du das hast. Oder habe ich das bekommen? Das glaube ich. Das habe ich. Merci. Hier müssten so irgendwie Säcke rumstehen, Erik. Ja, die habe ich gefunden gerade. Einen. Aber die sind feucht, wird zu erkennen, oder? Oh, bin ich einfach nur blieb. Ja. Du bist blind. Grafikeinstellungen am besten runterdrehen. Oh mein Gott, ich sterbe an einem Mob. Grafik runterstellen? Kann man das noch? Ja, vorsichtig, die... Ops sind... Ja, das Wasser noch komplett. Hebe ich mal da hoch. Gar nicht gewacht, gar nicht überlegen, geguckt. Santix. Wo liegst du? Ganz dort hinten. Mund-zu-Mund-Beatmung, schnell. Warum bist du ganz da hinten, Alter? Bleib doch bei uns. Warum denn? Weil da hinten auch, äh, diese Zahnräder angezeigt wurden. Achso, stimmt, du hast ja den, ach nee, weißt du die. Ja, hier wurden auch Zahnräder angezeigt, das ist ja ganz hier hinten gelootet. Er ist... Sieht ihr mich in der Ecke hier gerade? Noch am Rand zu, ähm... Ja. Hier gibt's gemütlich, hier gibt's noch, ähm, Zeugs. Blume. Wollt ihr mich einladen? Ihr habt doch den Stromplatz frei. Ja. Muss ich ehrlich machen. Der liegt aber ganz flach. Vorne er, hinten ich. Was muss ich machen? Einladen. Achso, ja. Kann ich trotzdem einladen, ist nicht... Inweit... Kaskar... Oh, das ist ein Level 14. Ja, deswegen bin ich an dem gestorben, Lull. Hoffe, er hat wohl gesagt. I resisted. Oh, das ist er gehittet. Ork. Ork? Was? Ich krieg noch einer, das hier mit den Hühnchen. Du weißt, was noch einer, wie das ging? Oh, Hühnchen. Gab's da irgendwo ein Hühnchen kriegst? Irgendwo ein Huhn. Naja, diese Huhn-Quest, oder was das da war. Du musst das anklicken, wo auch? Ganz oft hintereinander. Autsch. Ich war nicht da, wo ihr gerade seid. Ich find halt diese Dinger gar nicht mehr, ich bin halt absolut blind. Abgeteucht ist, äh, weinst du. Oh, dear. Habt ihr eigentlich schon mal ein Säckchen aufgehoben? Alter, was mach ich hier eigentlich? Bernd? Ja. Ja, ich hab eins. Ich hab noch keins gefunden. Also eins hab ich gesehen, das war aber, da war der, 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 der Antex aber schon dran. Der fummelt ganz. Der ist aber auch wieder die halbe Welt. Der fummelt einfach an den Sack. Nicht, das war nicht mein Sack, aber das war ja so ein gemeinschaftlicher Sack. Da hat er einen Krumm gefummelt. Hab ich genau gesehen. Der fummelt gerne an den Sack. Ja. Ja. Wer tut das nicht? Ah, Amitya schreibt gerade, man sollte Chicken, ähm, querstrich Chicken schreiben und das Hund angucken, anvisieren. Genau, irgendwie so war da was. Wo ist denn das Huhn? Sonntags, bring mich zu dem Huhn. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch richtig laufe. Aber ich glaub, das war da hinten bei dem Haus. Ich glaube, ich glaub, das war da hinten bei dem Haus. Das kann sein. Auf jeden Fall in einem Haus. Keine Ahnung, ich hab den Huhn gehabt, hab ich das gerade angemacht, aber was sollte da passieren? So, da gibt's eine besondere Stelle, ähm, wo du, ähm, wenn du es mehrmals mit Slash-Chicken quatschst, ähm, ähm, kriegst du ein Chicken-Pet. Ja. Das er dann hinterherläuft. Das muss ich haben. Aber er hat halt das Huhn gekillt, die Böde-Kuh da. Heute ist auch was zum Annehmen und Abgeben. Was seid ihr? Ich hab hier irgendjemand hier drin. Hallo. Gab's hier irgendwas? Äh, Säcke. Aber... Hast du heute gefunden? Ja, ja, ich brauch noch drei Stück. Was? Ich brauch noch alle. Was noch alle? Und dann Text? Dann... Ja, ja, ich muss nochmal diesen Erntebehüter mal eben ein bisschen speziell anführen. Oder sterben. Zerpliert. Nicht sterben. Wir haben zwei Priester, also... Eigentlich sollen wir nicht sterben, wenn wir neben einem Retter laufen. Wir sind aber im Moment auch alle getrennt, komplett, ne? Continue. Quest complete. Annehmen. Oh. Annehmen. Geh mal grad zurück, Lex. Was ist passiert? Warum seid ihr eigentlich so weit weg? Die Arsch. Die Arsch. Wer hat mit Gott getüttet? Ah, hier ist ein Hohen, oder? Na, na? Äh, Lex. Komm, auch so. Was ist passiert mit mir mit? Ich habe ganz viele... Und, äh, Ante-Fuzzi, dann nehmt ihr mir her. Bist du eigentlich? Bist du eigentlich? Auch nicht schlecht. Äh... Ah, du bist da. Okay. Ich bin da, ich glaube. Achso. Ich soll, du musst ja hier erstmal... Nachher kommt noch mal an. W-w-w-w-w-wessen Chicken ist das jetzt? Das ist gar kein Chicken. Du nimmst jetzt gerade diesen Quest an. Diesem Chicken. Oh. In dein Ernst? Äh. Äh. Waaah. Äh, Leute, wartet doch erstmal, okay? Also... Ja, wir sind hier alleine. Hat einer von euch gequäst? Nein. Wir brauchen Spezialbühner. Auf jeden Fall. Ich hab die Quest. Ich guck mal, ob ich sie teilen kann. Guck mal, ob ich sie teilen kann. Äh, jawoll. Habe ich gemacht. Da ist der Arl. Ascara hat die Quest bereits. Bextrol ist zu weit entfernt. Ja, ja, ihr seid einfach zu weit weggelaufen. Ihr seid einfach futsch. Der arme Metal ist hier gerade verrecht. Ja. Ja, die Heiler haben fast acht. Wo ist man der verreckt? Die Heiler waren nicht da. Die Heiler waren woanders. Die Heiler waren viel zu weit weg. Ich dachte, wir machen diese Quest zusammen. Dachte ich, ne? Aber... Heilung war raus. Nein. Heilung hat er gelöst, ne? Heilung kommt per Post, oder was? Moliten-Metal-Deck. Guck mal. Den schon. Oh. Ne, das ist Decks. Ja. Ja. Ja, ich hab, äh, mein... mein Schurken-Mode angemacht. Weglaufen. Ich will auch einen erstmal hochholen, Dantex. Uff, ey. Wo ist'n der? Ist er das da? Hier? 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 Jaaaa. Der Metal liegt hier hinten. Der arme. Ach, Mann. Ja, ihr habt was sagt. Ihr Heiler. Da liegt er. Report ist schon draußen. Jetzt. Ja, sehr gut. Oh, ich hab grad ne, ne, ne grüne Hose bekommen. Ähm, ich sag' euch was. Was er kann. Oh, wenn ich immer die ganzen Taschen nicht hatte. Stoffi Hose. Intelligenz und Willenkraft. Ohlala. Ähm. Ähm. Rüstung 23. Ach, um ernsthaft, ich werd' angegriffen. Der hat den Metal gekillt. Der hat den Metal gekillt. Der hat den Metal gekillt. Ich hab das genau gesehen. Der ist der mit dem Hut. Also hinten war ein Schick. Könnt ihr mal teilen, die Quest, die ihr habt? Ja. 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 Das ist das Chicken Dings. Das ist die Chicken Quest. Und ich glaube, das ist das Spezial-Hühner-Futter-Kriste von irgendeinem Händler. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Chris vom Händler. War noch dieses Heumi da holen, ey. Ich muss noch die Säckchen aufsammeln. Ja, das muss ich auch machen. Oh, ätzend. Na ja, ganzes Service auch schon wieder da. Ja. Achso, wollt ihr nicht die Klamotten und die Hose haben? Irgendjemand von den Stoffis? Intelligenz und Willenkraft. Ihr könnt ja gerne mal rumrufen. Hallo, hallo, hallo. Ach, übrigens, die Säckchen, die gibt's hier überall an jeder Plage. Wollt ich nicht drum würfeln? Wer das haben will? Ja, komm. Würfeln wir in Nantex. Nantex-Row. War auch super. Also, wenn Nantex noch tiefer ist als das, okay. EP egal. Ach, scheiß auf Würfeln. Nächstes Mal jungenkich einfach. Danke. Wenn ihr Fleisch von Schweinchen habt, bescheid sagen. Oder Dreck geben. Ja. Dann in einer von euch Axtrang. Und ich hab hier ne Graue. Nee. Brauchst du noch nicht? So, ich hab' den Level. Hm. Ich treff' die überhaupt nicht, ja. Oh, ein Säckchen irgendwo, was zum Aufheben. Ein Handstreit kaum ab Level 12. Nee. Kann ich den tragen? Ein Pasatin? Ja. Aber ich bin noch nicht 12 oder noch. Na, ich bin der F. Ach man. Hm. Suche hat irgendein Säckchen. Doch. Aber nix. Ah, habt ihr gelesen? Äh, die Safi schreibt das gerade. Der Händler, irgendwo stehen drei Leute nebeneinander. Und der in der Mitte, der verkauft das. Das ist das Futter. Ja. Ja, beim Flugpunkt. Ja, beim Flugpunkt. Das Flugpunkt, Flugpunkt sollten wir eigentlich mal wirklich besorgen. Also wenn sie mal darauf klicken, weil, äh, wir stehen die ganze Zeit hier in der Nähe und machen alles andere, außer dem Flugpunkt. Ja, wo ist denn der Flugpunkt? Da hinten am Turm, ne? Hinterturm. Ähm, zerbrochenen Turm, genau. Ähm, ja. Super. Ah, nein! Mit dir? Wo bist du? Ah! Wo bist du? Ah! Wo bist du? Nein! Ich hab... Guck mal, ich war... Ah, der ist so großartig. Ich wollte gerade sagen, warum weicht der alles wieder aus hier, der Falleinwand. So, jetzt hab ich mich jetzt. Ja, ich bin dabei. Oh! Entschwebendes Mittel. Tu es nicht, Mittel. Du stirbst wieder. Das bringt dir nix. There you are. Hey, hello. Muss doch annehmen. Bauer... Boah, so war... Wie... Wie... Wisst ihr, die ganzen Namen? Ich kann mir keine Namen mehr. Das ist echt der Hammer. und dem ist so eine lange quest aber gibt es eine stelle wo es mehr von den säcken gibt die sind ja überall auf der karte überall angezeigt wenn ich die werden also die werden ja nur angezeigt wo wir sein könnte er aber weins wollen deswegen war ich ja auch auf dem feld weiter ich weiß wo relativ viele trocken können ich habe einen ersten section ich bin einfach direkt hingelaufen ah dann text oder ist mir egal ja und er heilt rennt doch weg dann text hallo ich bin neben dir guck mal auf eilert du bist so blind einfach mal auf karte gucken metal hast du dir heiligst mach dir nicht los ich hab doch metal schon geheilt mann weißt du ich hab mein erster section habe ich bin drüben bei dem haus im kleinen oder bei dem großen auch mann du siehst du siehst du siehst alle ok um welches huhn ist es ist das irgendein holen oder ist das irgendwie das müssen wir dann nachher auf jeden fall wenn wir dieses futter haben noch mal beschwören weil wir haben das und hier drinnen könnt ihr den schrank glaube ich bluten wenn er blickfest hofft der uhr nein 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 ich war zuerst da jawoll das ist ein bisschen von omi was ist hier habt ihr ein paar section bekommen hier sind alles voller säcke nur kein einziger da ist einer nicht anklicken kann hier ja ich habe ein jünger section als zweite section ist übrigens ja das zweite ja sauber jetzt kann es ja nur noch besser werden aaaah aaaah hier drin kann 6 jetzt sparen oder was ja auch das habe ich nicht gemacht das ist einfach umgefallen weil du hässlich bist das habe ich genau gesehen einer winzling wer vom leder ich habe das genau gesehen wie der zenni zini beim klo habe ich sehen könnte auch noch was das sieht genau aus wie das wie die karte die man ausspielt beim minion masters oh hier ist leder hier ist leder hier ist leder hier ist leder zum glück will das irgendwie keiner sehr schön sei froh sei froh sei froh sei froh das ist dieses objekt ist beschäftigt es hat viel zu tun deswegen ist es beschäftigt sollen wir jetzt mal die flugkolle aktivieren ja genau das war ja auch unsere idee ne vor 20 minuten ja da oben habe ich einen totenkopf und stink weiß nicht ähm tatsächlich habe ich in dir gegeben ich kann dir auch gerne etwas anderes geben ich bin den keks der ist du hast mir eindeutig zu viel ich bin den keks ja weil mir der heiler nicht in der nähe ist erzieher dich wenigstens deswegen alles hier gegeben ja irgendwie und hier ist dann nachher dieses hühnchen oder eins der hühnchen ah das ist ein kwestiker schlöpfen noch annehmen mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm braucht die hilfe musst du anschicken oder für die allianz dicken an scheiße verkaufen erst mal den schrott verkaufen hier er hat übrigens auch das spezial hühner fütter das ist ein ehrenfreund der typ hier ist eine quest zum abgeben jetzt wo du saß schönen tag aus kann ich für euch tun diese diese des längers auch noch der so schönen tag meine reisen sicher sein man sieht sich ja wie man da mit seinem roten x-korb rumläuft ich komme nicht klar müssen wir hier schon machen alle klicken drauf wie wilden beschäftigt das und beschäftigt es ungültiges ziel opening opening das war's komplett ich hab'n Huhn ich hab'n Huhn wir haben vorliegen der umgekehrt das ist gut bereit auf seiner Schuhe also aber nicht das Mikrofon der Spektrum der Dingsstück geschoben ich kann ich ja nicht noch mehr wir haben das hat beide gleichzeitig angekriegt und dann habe ich halt angreifen öffnen hier kurz die handvoll hafer abgeben was handvoll hafer du hast du denn acht kisten her das nächste mal deswegen habt ihr auch keinen mehr gefunden ich gebe ganz kurz zum turm wenigstens der mittel war mit staubsauger da ich hab die körper nicht so machen wir machen erst mal weg der nervt nur ausweichen ausweichen ich weiß es nicht ich war hier das andere ich glaube wir müssen laufen dann text ich kann nichts machen drei zwei ja die hauen ab ich habe es nicht ich habe es nicht das ist der richtige heiler bei mir überlebst du immer länger als der heiler hier liegt ein sack ha 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 ich brauche noch fünf stück ich brauche noch sieben also alles gut wie oft muss man das beim scheißhuhn machen unterschiedlich ich habe einfach gespellen ich habe macht gemacht das ist halt lauf dann text lauf machst wie ich erwarte irgendwann kann ich eine falle werfen oder so damit falsche klasse ein neuer captain dodo genau ich nehme captain dodo das ist ein guter name alex du hast aufgepasst in der schule ich merke das schon das weglaufen ist aber leider immer so langsam nach das wäre bis jetzt fünf minuten oder so ewigkeiten lang jahre flug wacke schengen endlich tor und hat bei dir geklappt ich bin vorhin nur feinste waren wenden soll das einfach noch mal machen mit seinen makros hier oder die quest mal abbrechen und und dann noch mal neu machen ist eine quest gewesen ne ja die du von dem huhn krist das sind ja einfach alle getötet warte die scheiß hühner aus mögen die reisen sicher sein hier war noch immer so eine kleine kleines zelt lager wo die ganzen quests waren und dann sind wir da hängen geblieben und da vorne hängen geblieben und da war da hinten noch was doch und mädel was machst du denn ne ich brauche noch das erbstück in der hütte aber das habe ich noch gar nicht aber wisst ihr was gerade das schöne ist? sie locken sich gerade alle im gasthaus aus kollektives ins bett gehen mädel ich helfe dir da mal ja cool was musst du machen? äh ich muss aus dem haus noch das erbstück rausholen und der ist eben 15 der gegner ok ok ist das eine quest die wir alle machen müssen? eigentlich ja also ein paar haben wir schon also du Decks hast hier auf jeden fall schon weil du hast diese taschenohr schon ach so das ist die die haben wir zusammen rausgeholt genau ja ok und bitte metal mir eigentlich als quest item angezeigt äh auch das ist ein rare mob weil wo war jetzt noch mal an wo waren nochmal das flugding ich bin mir los da hinter dem turm da geht es runter und dann hast du das direkt vor der nase an der kreuzung oh wolf ok an die kreuzung mal auf abgeben ne? habt ihr es abgeben? benötigt die küchenmesser ich habe das küchenmesser verkauft verdammt ich habe gehört das wäre ein messer verdammt jetzt habe ich kein küchenmesser jetzt habe ich gerade mal ein verdammtes küchenmesser verkauft verdammt wenn es dann teiler und nacht brauchst du noch was zu futtern? ne ich habe alles noch wo gibt man nochmal diese uhr ab ja wieder da vorne bei dem kaputten wagen wo ihr noch das fall rein sollt so das kann ich für euch tun das licht segne euch ok das ist zum Beispiel Mist mir hier abgegeben aber gibt es keine weiter quest übrigens ja doch daneben war noch eine quest und doch der hat auch noch eine mir gegeben es war keine weiter quest die hat ja die ist dann geendet da gab es aber sonst noch nichts mehr oder war im turm oben noch eine quest da unten beim sägewerk im schrank die habe ich mir auch geholt beim sägewerk neben dem im flugpoint da ist das dieses gebäude mit dem säge das kastenhaus halt könnt ihr ehrechen so dann kann ich jetzt die quest mal abgeben ja ich geh jetzt nochmal schnell sammeln wie heißt es hier die hauscher und dann geh ich dann ins Bett ja da schließe ich mich dann auf schön in ruhe dieses gebiet abquesten ja ich finde ich auch aber im nächsten mal schön in ruhe wir sind jetzt ganz vernünftig hier eingedrungen jetzt heißt es dann auch vernünftig auch aufhören die uhr abgeben aber ich glaube du bist noch bei den säcken dabei ne ach ich hab kein küchenmesser ja ich bin noch dabei ja ja aber ich sag mal so die die duck quest ne die duck quest diese suck quest ist ja auch so eine level 15 quest oder so ja ja weil die gegen die mob sind ja auch ziemlich hoch die hier rumlaufen deswegen und du kannst sie halt hier überall machen wo du kannst du praktisch nebenher mitmachen weil so selten wie die hier rumrennen rumstehen diese säcke ja jetzt hab ich zwei einen hier den ich grad loote und einer ist komplett ähm umgeben von diesen blöden dingens hier hm wollte ja helfen ja ich data landex warte mal warte mal hast du ehrgebrauch guck mal warte 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 nicht verklaufen diane diane das licht sei mit euch war warte Was tauscht denn jeder aus, Alter? Ich will auch was haben. Bödie Allianz. Brot und Wasser. Brot und Wasser. Das ist so süß. Die Milch und das Brot, oder was? Ich weiß nicht, ob der dir was bringt. Nein. Achja, by the way, Silvirate. Hast du noch ein paar Leintaschen? Äh, brauche ich Faden. Ab. Faden. 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 Faden dabei. Faden dabei. Faden dabei. Faden dabei. Zehn Faden dabei. Kann ich dir geben. Dein Wurzel. Aron Kill, Hallöchen, guten Abend dir. Yes, ich brauche jetzt noch drei Säcke. Dein Schwert, Leder, Lederhamschen. Lederhamschen. Da läuft, der Schwert. Da sitzen. Äh, Dante, stell mir die Quest von dem Segelwerk da. Ich weiß nicht mehr, wo ich das verkauft habe. Meinten die das Messer? Ich weiß es leider nicht mehr. Habe ich das da unten verkauft? Ähm, du müsstest es, egal bei wem, müsstest du dir das zurückkaufen können. Ja? Ja. Oh, okay. Solange es diese Slots da nicht rausrutscht. Danke sehr. Ja. Jetzt müsstest du alles haben. Also ich habe jetzt neun offene Quests. Ich brauche die Hilfe. Ah. Ah. Oh, dankeschön. Das Licht segne euch. Das war wirklich, das war selten dämlich, ey. Aber Dirk, du bist nicht der Erste und wirst auch ganz sicher nicht der Letzte sein, dem das passiert. Ja, weil das blöde Messer sieht einfach Standard aus, ganz normal und man achtet nur noch auf die Werte und nicht mehr auf die, auf den, ähm, auf das, was da steht, Küchenmesser. Ich finde gerade übrigens Dreck an dem Haus, wo die ganzen Hühner sind, ein Sack nach dem anderen. Alles voller Säcke hier. Hier hat Sack gesagt. Faule Säcke sind das hier. Faule. Dankeschön für den Tipp übrigens. Wer war's? Zaffi, dankeschön. Guck mal. Der braucht bestimmt kein Nieder. Wir haben noch ne Kry... Achso, das ist vor der Kryst, oder? Ja, war heute Flugpunkt. Oh, mein Rücken. Mein armer Rücken. Oh, es knackt auch immer so schön, wenn du dann einmal mal rücken und rücken mal wieder gerade biegst. Der denkt dann auch, hä? Die Stellung kenn ich gar nicht. Ich hab ja noch zwei leichte Leder. Hier damit, hier damit, hier damit. Gibt's hier ein Deckchen? Nö. Hier außen. Oh, ich bin, ich bin froh, ich bin hier nicht mehr alleine. Ich kann jetzt mit einem halben Hühnchen rumlaufen. Oh, fuck. Aber wie, du... Wenn du es brätst, ist es kaputt, ne? Wie viele Taschen brauchst du? Das heißt Braten? Ja, das sind so viele, wie du machen kannst. Ja, du bist doch gerade so ein bisschen Kochfanatisch. Du hast damals ja fünf für dich gemacht und äh... Du meinst ja wenigstens Feuer läuft, du meinst ja. Also ich hab schon eine. Oder das Ei. Habe ich dir nicht welche zugeschickt? Alles gut. Kann dir nichts passieren, es sei denn, du verkaufst es, ne? Aber... Kann ja sein, dass du dann doch mal auf die Idee kommst, das zu verraten. Hast du schon ein Briefsymbol an? Nur zum Essen. Der hat natürlich nicht gegeben. Bei der Minimam meint. Aber doch, mach ich ruhig. Meine... Ne, die haben wir schon vor ein paar Tagen... Da ist die Gefahr. Ne, ich hab kein... Ding da. Oh, die Müdigkeit merkt, macht sich langsam bemerkbar. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja auch. Ja, jetzt bauen wir die Säckchen wieder an dem Hühnchenhaus. Und hier ist es irgendwie voll easy, weil hier sind das viele Spiele hier drumherum, die die Quest machen. Oder... Die Mobs sind eigentlich recht low. Der Dex um das Hühnchenhaus herum, okay. Dr. Dodin. Ne, das ist nicht der Server, wo wir gerade drauf spielen. Wir spielen auf Transcendence, oder wie das Ding heißt. Und ich bin fertig. Und hier stehen übrigens noch zwei Säcke rum. Richtig, ich bin auf dem Weg, Dex. Direkt daneben im Haus. Da ist noch ein kleines Dexiklo ist auch noch da. Und da kannst du auch noch mal looten. Warte. Durch da. Ich bin schon weiter weg. Ach, Mann. Ist egal. Direkt bei dem Haus, beim Eingang auf der linken Seite steht direkt eins. Ja, sehe ich, ja. Und beim Dexiklo müsste, glaube ich, auch noch eins stehen, soweit ich das gesehen habe. Da drumherum spawnen die immer? Die ganze Zeit. Hinter dem Haus, vor dem Haus, beim Dexiklo, und am Zaun. Am Zaun, äh, zu den, zu diesen blöden Heuschrecken. Da ist wieder da. Da ist auch nichts. Du musst so kurz warten immer. Da bespawnt immer wieder nach. Da ist alles. Wo? Ja, da sind aber die Mops, oder nicht? Ah, ne. Hat auch einer. Schönen Tag auf. Also die Pferdedecke, glaube ich, war das, ne? Hallo? Ja, in die Uhr. Schönen Tag auf. Ja, schön. Ich bin sogar noch ein Level. Ups, gegangen. Ups. So ein Kräuterle. Kräuterle. Danke sehr. Aua. Okay, danke. Sehr lieb. Danke sehr. Danke sehr. Ähm. Wo sind der Dex? Wenn sie schon groß sind. Sehr lieb. Unterwegs zum. Auf dem Weg. Wir sind noch. Noch ein. Warte. Nee, ich konnte gar nicht annehmen. Mein Eventarverfolgen. Was meinst du, was ist da? Doch die noch. Noch ein Säckchen. Nee, säckchen bin ich voll. Hab die Quest auch schon abgegeben. Warte. 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 Bin jetzt unterwegs nach. Ah, hier. Zum Flugpunkt. Okay. Und lock mich auch dort aus. Dann gib erstmal eins und dann gib mir die anderen. Also erstmal eins traden und dann die anderen. Oh. Aber dann geh ins Gasthaus Dex. Warte, ich open gerade. Da hab ich immer Ärger bekommen von meiner Gilde. Mensch Dex, lock dich doch nicht immer irgendwo im Busch aus. Lauf ins Gasthaus. So, jetzt kannst du mir die anderen zwei. So zwei Meter vom Gasthaus einfach ausgelockt. Willst du noch auf der Brust Mana haben oder so? Ja, wenns geht. Warte. 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 Aber ist sie nicht sehen geboren? Ah, doch sie sehen. Oder? Nee, legt eine Brust oben dein, dieses einzelne Fach. Ja. Faches Mana. Uh. Kann ich einfach wieder rausnehmen, oder? Ja. Und armstehen kann ich auch noch Gesundheit. Armstehen habe ich gar keine Ahnung. Warte. Wann? Was? Wann habe ich noch Widerstand. Wo? Worauf? Umhang. Umhang. Äh. Okay. Warte. Umhang. Hier. Umhang. Ja. 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 Nein. Ja. 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 gesagt hat er ich hab die hat abgeschlossen irgendwie keine ahnung ich hab das ich weiß jetzt aber nicht ob ich das tun hab aber die quest ist übrigens grau vor allen dingen hat das 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 geld ich hab jetzt acht aufhine ohne das wohnen das ding ist hier ein loch im dach toll das passt toll kann ich ja direkt draußen schlafen okay dann bist du schon ausgelockt ja ich bin gerade raus genau okay wegen screenshot oder nicht ach so ne aber das ist ja jetzt auch raus nächsten film für den screenshot rein zu kommen aber wir haben heute wirklich kein screenshot zusammen gemacht auch mit das wenn ja nicht zusammen skandal aber schnell eins seid ihr schon eine in der nähe ich glaube ich bin ins dom und damit ist in der nähe ich mache mich mag westfahrt total wenn es hell ist leider ist beim wo wäre das problem dass es ja echtzeit spielt und ich bin ja eigentlich immer nur abends online also wirst du immer abends spielen können über dunkel Prozent 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 auf dem dunkelwald da ist ja immer dunkel oder wie ja überwiegend mit Bäumen eklige Spinnen und sokeit heute nachts zwischen drei und vier werden die Rhymes neu gestartet wirst du das hätte der jetzt muss von der andere Seite springen sauber kommt der nächste angelaufen ich sehe den Punkt doch ich sehe es genau wo ist sie jetzt zurück kommt zurück 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 kommt ich glaube ich was mit Metal Metal ist da hinten im Questen Mettelchen wo du hast eingeschlafen ja kurz eingeschlafen Mettel? wir machen ein foto zusammen wir haben es noch mal mit 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 alt und übster nur so ne ah ja super guck mal so was soll ich habe ich ja aus für den aus für den gedreht dahin ich muss mal daraus tun warum es jetzt mich auch hier war ich dass die da ich bin fast 20 aber ich setze mich mal richtig in die grunde damit es ein bisschen besser passt so muss ich dann ein bisschen weiter nach ja ich muss ein bisschen nach hier ist er da wir machen gerade ein gruppenfoto wir haben schon geschrien mädel aufwachen menschen hat er das rote x oder weg haben wir auf dem foto ja nicht stellt sich hinter uns dann bist du genau doch haben wir trotzdem glaube ich ja ich habe ich habe das nicht so fotos die drei zwerge und der gnome in der witte was doch mit dem greifen hinten drauf noch ein greifen darauf so das war es aber jetzt so das war es vom stream haben ja jetzt nicht so viel zugeguckt sobald kein arg ist ihr wisst ja bescheid ihr kennt das jahr das gasthaus kaputte dinge das kaputte gering genau los ins gasthaus gehen nur nicht draußen schlafen ich gehe ganz woanders sein was du in die city ich gehst auch mit der warum was machen sie da der herr ja ja wird mache ich aber auch morgen alles könnte ich jetzt machen dann ist nämlich dann der 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 steinchen wieder aufgeladen steinchen wo habe ich das gemacht ich hab das glaube ich eben ding sein gemacht ne ja ein goldheim und nicht in stormwind steinchen ja aber haben wir dann kannst du hinfliegen ja wenn ich hab's damit ich hab's damit auch so habt ihr dann eure steinchen hier gesetzt bei der jetzt also ich hab meinen stein hier ja gut dann mache ich mein stein noch mehr wo sie haben zu muss man auch was anderes spielen man kann ja nicht wir haben jetzt arg und murmeln arg und murmeln ich habe die letzten drei monate zwei monate komplett durchgespielt ab und zu auch mal was anderes ist das dann auch mal ganz nett ach so wie ich hatte doch jemanden oh man das habe ich ganz vergessen bei ihm das da auch noch nicht jemand der mich angeschrieben hat wegen der gilde im stream und hat mich dann auch online angeschrieben aber das ist ja das sollte einmal mit profis aber dann war es ja doch nichts rumblei du warst es genau bist du noch da kannst du dich noch mal einlocken ich bin jetzt in stormwind wo bist du denn in stormwind also zu verabschieden bist du auch so sicher ja doch so dann texten die auch bei kürzungs das nur habe ich noch nicht eingeladen habt ich glaube nicht sauber wir brauchen noch drei und muss jetzt wieder geschäfte machen da kannst du ja jetzt werden zwergengebiet laufen da kannst du geschäfte ab ablassen im wasser habe ich schon ist schon markiert alles mal alles ist ja alles werden die waschen sich ja damit das da ändert sich ja überhaupt nichts dran beim beim gestank wir sind es gewohnt dieses gewohnt ramblei wie heißen du ramblei wahrscheinlich du kommst geflogen das ist gut ich will unbedingt zum schlingendorntal heißt es glaube ich da will ich mir den papagei besorgen ich mach so lange witze sagen wir auf ramblei warten mir schwebte mal ein gerät vor in das man brotscheiben zum rösten steckt aber dann dachte ich mir dass es für sowas bestimmt keinen markt gibt in diesen spiegeln die alles vergrößern sehe ich größer aus ich würde gern meinen jungs in gnome regan was zurufen lasst euch nicht unterkriegen ihr kurzen und glücken ihr seid klein aber ihr seid gut drauf ich hoffe ich finde hier ein paar interessante geräte wo ich doch so gern rumfummel der der zwerg hat einfach die besten witze der zwerg hat einfach die besten witze da kommen eine oder zwei von den spiegeln die alles vergrößern sehe ich größer aus der metal ist da hier noch was und das kriege ja da hast du ein tigeroge verpasst ich hätte so gern einen garten in dem ich ein paar menschen statuen aufstellen kann ich tanze ich tanze mal so lange mit meinem hohen macht das kann ich meinen präriehuhn eigentlich auch umbenennen weder konntest du mal dein tiere bin also was eigentlich immer geklappt hat ist wenn man ein lagerfeuer aufmacht sich hinsetzt da machen dann setzen sich alle um dich herum das mache ich jetzt mal also um das lage lagerfeuer gemacht leder genommen gesagt und ans feuer gesetzt und intelligent geworden oh mein gott oh mein gott jetzt jetzt irgendwann guck jetzt kommt die nächste setzen sich ans feuer setzten sich ans feuer jetzt erstmal schön den decks anlegen dankeschön der rambel wer ist metal kannst du mal den dann text und auch gar mehr rausschmeißen und mir mal die rechte geben oder gebieter wie die rechte da raus das klappt immer wenn du ein feuer machst dann sind sie alle da habe ich die rechte ich habe die rechte schmeißen jetzt mal alle raus hier hier habe ich den hier arbeiten einladung spiele melden melde ich erst mal wenn es gar nicht so und wie kann man den rausschmeißen das geht da ist halt eingestellt einladung rückgängig machen heißt das glaube ich ne ich glaube ja und dann lade ich mal ein rumblei ein apropos 6 und metal kommt mal hier zu mir wenn du da fest ich stehe hier kommt mal mit was kann ich für euch tun ganze deine waffen noch für die allianz was ist das denn achso damit du auch schwerter tragen kannst und sowas zum beispiel ach stimmt ja seid vorsichtig ah ne armbrust ist super nein metal du nicht du nicht du bist klein nein hier kommt noch ein dodo ach der waffenmeister den gibt es in jeder hauptstadt und jeder hauptstadt lehnt er dir was anderes ist mir ein vergnügen so jetzt haben wir es geschafft ok so leutchen jetzt machen wir wirklich schluss nachdem man schluss sagt dann noch mal 20 minuten weiterspielen das ist hier bekommen das ist auch mal ein paar ja ja dex du hast das vergessen oh ja fünf minuten brauche ich noch ok jetzt aber tschüss bis zum nächsten mal und ich werde das glaube ich ich werde sogar nächste woche noch mal einen ganz kurz spontanen stream raushauen ganz genau an dem tag weiß ich nicht und dann werden wir denke ich mal wieder arg nicht arg wo ww spielen mal gucken also für jetzt für die kurze zeit spielen wir erstmal ein bisschen wo ww solange wie ich das abo noch laufen habe und dann gucken wir mal wie weit das noch wie weit die sucht noch geht bis denn und tschüss bis denn bishin Untertitelung des ZDF, 2020